Ich muss euch was vorlesen, ein Artikel, nur ein Satz, der so ein bisschen ins heutige Thema vielleicht führt. Also, nur ein Satz. Das Verwaltungsgericht Bremen kam 2010 zu dem Schluss, dass eine Staatsangehörigkeit sich nicht anhand von Kopfform und Sprache feststellen lässt. Das ist beruhigend. Das ist unglaublich. Ich lese irgendwie ein Skript von so einem schlechten Film oder so. Weil die werden abgeschoben, zum Teil in Länder, wo die gar nicht herkommen. Da kommen so Delegationen und die stellen fest aus Afrika und die stellen fest, wo die herkommen, halt anhand von Schädelform und Sprache. Und dann werden die da abgeschoben und sagen, huch, wo bin ich denn hier? Das ist ganz schön. Ei, ei, ei. Ich dachte ja schon, es gibt ja normal immer Probleme mit der Feststellung des Alters. Also gab es ja lange Zeit, also gerade auch in der Jugendhilfe und so weiter, dass sich viele, keine Ahnung, Mitte 20, Anfang 30-Jährige als Jugendliche unter 18-Jährige und die natürlich dann eine ganz andere Hilfestellung bekommen als Erwachsene. Und da war das schon immer ein sehr, sehr heikles Thema. Weil du kannst, wie willst du es feststellen? In der Bahn, gar nicht vor so langer Zeit, waren so Jugendliche mit zugeschriebenem Migrationsstatus, sag ich mal, von mir zugeschrieben und haben sich unterhalten. Und da sagt der eine, wie alt bist denn du? Zum anderen, ich bin 16. Ja, und in deiner Heimat? Da musst du dich so lachen. Genau. Wollen wir begrüßen, Thomas? Oder begrüßen wir nicht mehr? Ich weiß, es kommt nicht mehr. Nö, ich glaube, Wir sind schon drin. Ich glaube, das muss sich aus der Situation ergeben. Das muss sich natürlich anfühlen, die Begrüßung. Ja, aber hey, ich möchte bitte, wir sind auf das symbolische Kapital unserer Gäste angewiesen. Deshalb möchte ich dazu einige Worte hören oder verlieren. Bitte. Ich? Heute zu Gast hier Patrick Breitenbach, Grimme-Preisträger. Wir haben sonst nur Doktoren. Oh Gott. Da kann man sich auch steigern. Ich finde, das klingt auch viel besser. Das ist der alternative Doktortitel. Ja, genau. Am Schein. Ja, den kann man, du kannst das nicht durch ein Plagiat erwerben. Das klappt nicht. Nee, nicht wirklich, glaube ich. Obwohl, natürlich, ich kann ja sozusagen das Soziopod-Konzept, was ja prämiert wurde, hätte ich ja auch plagiieren können, sozusagen. Und vielleicht meldet sich irgend so ein kleiner, unbekannter Podcast. Genau. Wir haben uns das auch gemacht. Sozioplug gibt es dann im Netz. Ja, aber das ist auch so mit Preisen so, das erzeugt immer Legitimität, weil wer weiß denn schon, wie diese Preise zustande kommen und woher sie vergeben. Das könnte man bestimmt nachlesen. Es ist ja auch genauso mit dem, es gibt ja den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis, der ja gar nichts mit dem Nobelpreis, der ja als, 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 sage ich mal, Symbol wissenschaftlicher Leistung zählt, gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur von der schwedischen Nationalbank verliehen wird. Also praktisch die Ökonomie gibt Ökonomen einen, einen, einen Preis, um zu sagen, doch, wir sind wirklich Wissenschaftler, ganz, ganz ehrlich. Oh Gott, oh Gott. Das heißt dann, das ist so ein Trittbrettfahrer-Werbegag oder was. Ja, aber der funktioniert ganz ausgezeichnet. Ja, anscheinend. Also, aber es gibt aber schon einen regulären Wirtschaftsnobelpreis. Nein. Aber das ist nicht der. Ach, den gibt es gar nicht. Nein, es gibt ihn nicht. Es gibt ihn einfach nicht. Wahnsinn. Das heißt, ja, jetzt bin ich baff tatsächlich, weil das wusste ich tatsächlich nicht. Das heißt so hier, der Krugman und wie sie alle heißen, sind gar keine richtigen. Keine Inzestpreise. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das. Da habt ihr ja jetzt schon meinen Tag wunderbar gestaltet, weil das ist tatsächlich eine völlig neue Information. Ich finde, wenn das jetzt, das habe ich ja jetzt aus dem Gedächtnis abgerufen. Wenn das jetzt falsch ist, oh, da kriegen wir eventuell einen richtigen Ökonomen-Shitstorm. Das müssen wir für Fakten teilen. Gut, von daher müsste ich dann korrekterweise sagen, wir haben auch keinen Grimme-Preis, sondern den Grimme-Online-Award, der sich ja schon differenziert zum regulären Grimme-Preis, wo auch alles getrennt abläuft. Getrennte Jury, getrennte Preisverleihung etc. Also, was ich sagen musste, ihr seid ja da auch, also erst mal, bist du die Hälfte, des Soziopods, weil wir ja festgestellt haben, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen kannten tatsächlich welche, den Soziopod noch nicht. Wenn ich jetzt verwiesen habe drauf, weil die irgendwas nachgefragt haben oder so. Deshalb, soziopod.de, ne, soziologischer, ne, soziologisch seid ihr ja nicht immer, ne, ihr seid ja auch. Wir sind so gemixt, also manchmal neige ich so dazu, soziosophisch zu sagen oder sowas. Also, wir sind eigentlich eine… Sozialphilosophisch vielleicht oder so. Ja, aber wir haben irgendwie von allem so ein bisschen was. Wir haben ja auch ein bisschen Pädagogik, ein bisschen Psychologie. Und driftet oft ins Freudianische ab. Also, ja, auch, das ist richtig, aber daran habe ich wenig Anteil. Ich glaube, das ist noch die Prägung der Frankfurter Schule. Aber da mussten wir auch lernen, dass es da ja innerhalb der Psychologie einen scheinbar ganz furchtbaren Grabenkampf gibt zwischen irgendwie dieser Psychoanalyse-Seite und der, ich weiß gar nicht, wie nennt sich die andere Seite, klinische Psychologie, keine Ahnung. Ja, die naturwissenschaftliche Präsenz. Das ist ja eh dann nochmal, oh Gott, das ist ja auch nochmal ein Grabenkampf für sich. Also, so die klinische Psychiatrie. Das hat uns der Bartoschek zusammengepfiffen. Also, Psychologie und Psychiatrie, das sind so die zwei Hauptgräben, glaube ich. Aber der Bartoschek, der hier, der war ja, der Sebastian Bartoschek war ja hier. Ja. Und vom Psycho-Talk. Und der hat gesagt, Freud, wann fangen wir mal an, über Psychologie zu reden. Der hat das komplett abgelehnt. Der hat Freud komplett abgelehnt. Ja, also sieht sich ganz stark als Naturwissenschaftler, als Psychologe. Also eher ein Neurologe oder eine andere Disziplin der Psychologie. Die sind jetzt offiziell im Selbstverständnis Naturwissenschaftler, die Psychologen. Das ist schon ein ziemlich krasser Wandel. Ja, wobei natürlich, ich halte halt wenig von diesen Verteufelungen. Also natürlich, dieses dogmatische Freudianertum ist genauso furchtbar, wie zu sagen, Freud geht gar nicht oder so. Natürlich hat Freud elementare Grundsteine gelegt für alles, was danach gefolgt ist. Also von daher. Hier, hier wegen Meta-Ebenen. Also ich muss noch mal, weil du sagtest, das ist abgetrennt, der Online-Avort. Also die, die VIPs, die waren ja schon hochkarätig, die da waren. Aber ich muss sagen, das Bühnenbild, das war ja eine Katastrophe. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Also auf Video, man kennt es ja, ich kenne es ja gar nicht vor Ort. Noch nicht. Also genau, das kommt ja noch. Nee, also ich, daran kann ich mich jetzt tatsächlich nicht erinnern. Es war aber ganz nett, so die Band, die er auch da gespielt hat. Das hat alles so, wie sagt ihr immer dann so schön, Bordieu-mäßig einen gewissen Habitus gehabt. Aber ich glaube, dass tatsächlich die Fernseh-Grimmel-Awards nochmal ein Quäntchen hochwertiger sind. Also auch bewusst ist ja auch nichts Schlimmes. Das andere kann ja auch noch wachsen. Ja, die sagen sich halt online, ihr seid doch alle Nerds, ihr habt doch ganz andere Prioritäten als hier die. Genau, also es war schon faszinierend, dass das immer noch so getrennt gehalten wird. Aber meine Vermutung ist, dass das tatsächlich irgendwann mal zusammengelegt wird. Das wäre ja auch sinnvoll, weil letztendlich geht es ja darum, Inhalte zu bewerten und jetzt nicht Einzelformate speziell. Von daher wäre das schon sinnvoll, sozusagen Qualitätsinhalte zu bewerten. Aber ich befürchte und also ich glaube, es wird kein Podcast mehr prämiert werden so schnell. Och, das würde ich noch nicht mal ausschließen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Warum nicht? Ja, weil, also, ja, gegen die vielen Videoangebote, also es ist schon ein starkes Stück, dass ihr es da geschafft habt, die quasi zu verdrängen, obwohl du dich ja immer sehr solidarisch da gezeigt hast. Aber ich weiß nicht, aber werden wir ja sehen. Ist ja auch nicht das Thema. Okay, gut. Ja, denn wir haben ein Thema. Ja, du bist der Themenmensch. Du, du begrüßt doch immer Thomas, normalerweise. Ach so. Ja. Gut. Ja, denn wir wollen heute über, über Patrick, dein Thema sprechen, womit du dich jetzt, du hast dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Ähm, und auch, äh, es gibt eine Soziopod-Folge, die sich genau auch mit dem Beitrag, äh, dann beschäftigt. Und zwar, Hetze im Netz ist der Titel. Ja. Ihr habt ja die letzten Beiträge sehr stark auf das Thema so fokussiert, ne, bei, im Soziopod. Also, das fand ich ja wirklich sehr, sehr umzutreiben. Naja, gut, wen treibt es momentan nicht um, ist ja so die große Frage. Ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was ich jetzt zumindest in meiner Lebenszeit kaum erlebt habe, eine so dermaßene Politisierung oder gefühlte Politisierung, weil ich kann ja nicht in alle Köpfe der Menschen reingucken. Aber gefühlt ist es tatsächlich so, dass dieses Thema momentan sehr dominierend ist. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass das Thema halt hoch emotional zu sein scheint. Und das veranlasst halt Menschen dazu, möglichst viel und intensiv darüber zu sprechen. Ähm, was das Gefühlte angeht bei dieser ganzen Debatte, auch was denn gerade halt, äh, Internetdiskussionen angeht. Ich hab mal aus einem nicht mal verwandten Themenkomplex, äh, aber das, äh, vielleicht von der, von der Struktur ganz ähnlich ist. Ähm, unter diesen neuen, äh, ich sag jetzt erst mal, ich sag jetzt, ich nenne sie einfach mal unter diesen neuen, ähm, Serienformaten, ähm, zu denen, äh, die hauptsächlich aus den USA kommen, wo denn zu, äh, The Wire, The Walking Dead und Game of Thrones und so weiter zählt, äh, ist, äh, wahrscheinlich Game of Thrones mit Abstand die erfolgreichste. Aber dennoch richtig gute Einschaltquoten hatte Game of Thrones nie. Im, also im Verhältnis zu, äh, zu den großen Serien, die dann in den Networks und so weiter laufen, hatte Game of Thrones nie wirklich große Einschaltquoten. Aber wer sich, also wer diese Serien gerne schaut oder auch wer diese Serie gerne schaut und sich dann halt im Netz da rumtreibt, dem kommt das so vor, als ob das das Ding wäre. Weil über die erfolgreiche Serien sind solche Sachen wie, ähm, NCIS und, äh, hier, ähm, CSI und so weiter, diese ganzen, äh, Krimi und Monster of the Week-Formate, die sind, also die sind richtig stark von ihren, ähm, von ihren Einschaltquoten her. Bloß, die sind kaum in, in, in dieser, in dieser popkulturellen Sphäre des Netzes vertreten, sondern was, da trifft man eher, denn auf, auf, auf diese, die in der, in der, in der, in den Fernseherlandschaft und so weiter gar nicht so stark sind. Und, ähm, ich weiß nicht, also, weil wenn man sich nämlich da rein begibt, gefühlt müssten das die Bringer-Serien schlechthin sein. Und vielleicht ist es auch mit dem Thema so, dass, dass dort jetzt, weil, das, das, das Netz hat ja so diese Eigenschaft, man wird ja im Netz nicht wahrgenommen, außer man tut was. Das, das ist ja auf der Straße anders. Also, ich muss ja nicht was tun, wenn ich irgendwo stehe, wäre ich ja schon wahrgenommen. Ähm, und, dass allein, dass aus dieser Tatsache halt, ähm, diese, dass es kleinere Gruppen gibt, die gesellschaftlich gar nicht so groß sind, also auf die Gesamtbevölkerung gesehen, aber dadurch, dass die anderen, die einfach sich nicht dazu äußern, auch überhaupt nicht wahrgenommen werden können, dieses Thema unheimlich an Aufmerksamkeit dazu noch gewinnt. Weil auch von den, von den, ähm, traditionellen Massenmedien mittlerweile ja diese Netzdebatten sehr stark beobachtet werden. Und dann auch nochmal zusätzlich, also, sie, sie repräsentieren sich nicht nur selbst, sondern die werden noch zusätzlich dazu repräsentiert. Ja, ja, deswegen differenziere ich da tatsächlich auch zwischen, ähm, Konsum und, ähm, dieses Publizieren. Also, meine These ist ja, dass jeder, der, ähm, im Netz Spuren hinterlässt, sei es nur ein, ein Like, weil das ja sozusagen für mein Netzwerk wiederum sichtbar ist. Ja. Oder ein Kommentar, dann mache ich mich eigentlich schon zu so einer Art Publizist und, ähm, verbreite, ähm, sozusagen diese Geschichten, die ich like, share oder auch kommentiere automatisch immer mit. Ja. Treibe das sozusagen an. Aber es gibt tatsächlich, wie, wie du sagst, auch Menschen, die einfach nur beobachten. Also, auch auf Facebook und das ist mir manchmal auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Wenn ich irgendwie Leute treffe und die sage, ah, ich lese dein, äh, äh, Facebook-Ding, finde ich immer alles toll und gut, aber die tauchen irgendwie gar nicht sichtbar bei mir auf virtuell. Das heißt, die, äh, stalken immer nur so still vor sich hin. Das finde ich auch irgendwie ein bisschen beunruhigend. Aber offenbar gibt es auch diese Menschen, die sozusagen das Ganze still verfolgen. Und jetzt bezogen auf dieses aktuelle Thema, auch das ist natürlich jetzt nicht empirisch belegt und so weiter, aber, ähm, wenn ich sozusagen aus meiner virtuellen Blase mal heraustrete und, und mit Menschen spreche, wie in meiner Familie, die wiederum arbeiten im, im Bereich der, der Pflege und so weiter, ähm, im, im Krankenhaus etc. pp., die mir alle dann auch berichten, dass auch dort die Diskussionen und Haltungen und Ansichten immer heftiger werden. Also die nehmen das gleiche Phänomen wahr, aber komplett offline, weil die eigentlich gar nicht online sind oder nur sporadisch und da gar nicht diese Diskussionen führe, die ich vielleicht da führe oder mitbekomme, aber die jetzt sehr wohl offenbar, ähm, offline diese Erfahrungen auch machen. Ähm, und das ist natürlich auch nur anekdotische Evidenz, ähm, aber ich habe tatsächlich einfach so dieses Gefühl, dass das tatsächlich, äh, gesellschaftlich gerade sehr rumort, aber natürlich auch angetrieben, ähm, durch, durch die klassischen Medienformate, durch das Fernsehen etc., die natürlich da auch dankbar zum Teil draufspringen, weil damit lässt sich natürlich wiederum auch Quote machen in dem Fall. Also, ähm, von daher schließt sich dieses, ähm, darüber sprechen und Quote nicht unbedingt aus gegenseitig, aber es ist, muss auch nicht zwangsläufig der Fall sein, dass, wenn einige Menschen viel darüber sprechen, dass dann automatisch alle das gucken. Ach so, das ist, äh, so ein bisschen so wie, äh, im ZDF läuft irgendwie so eine Serie wie, wie unser Charlie oder so, was irgendwie Millionen von Menschen gucken, aber keine Sau unterhält sich da drüber, weil A, wäre es wahrscheinlich eher unangenehm und peinlich. Und B, hat es vielleicht auch einfach wenig Gesprächsstoff und es ist einfach nur seichte Unterhaltung, die einen zufriedenstellt. Und Game of Thrones hat halt eher so einen Faktor, dieses typischen Fan-Involvements oder dieser Fan-Immersion, wie man das so schön sagt, ähm, dass Leute da wirklich reingezogen werden und diese Geschichten auch außerhalb weiterspinnen und darüber diskutieren und rätseln und tun. Also, Quantität, Qualität muss nicht immer zwangsläufig zusammenführen. Nee, also ich wollte, ich wollte nur ganz kurz, ich wollte eben auch gar nicht widersprechen, dass das auch insgesamt gesellschaftlich ein Thema geworden ist, bloß, ähm. Aber es muss nicht zwangsläufig in einer starken Quote, dass das jetzt alle gucken, auch wenn man das Gefühl hat, das gucken alle, das wolltest du, glaube ich, sagen. Ja, und ich glaube, auch da hängt das, ähm, tatsächlich, hängt das, hängt das, hängt die gesellschaftliche Verbreitung auch zum Teil mit der Aktivität, ähm, im Netz zusammen, denn die denn halt, also weil diese Kopplung zwischen, äh, zwischen dem, was im Netz läuft und, und Menschen, die sich dafür nicht groß interessieren, was ja immer noch eine sehr große Gruppe ist, ähm, läuft ja im Prinzip über die Massenmedien. Wenn die eine Debatte als relevant, also eine Netzdebatte als relevant darstellen, dann wird sich auch Leute, die ja selber gar nicht sind, werden sich damit auseinandersetzen. Vielleicht noch ganz, ganz kurz, ganz kurz oder ergänzt zu Game of Thrones, ähm, natürlich empirisch, Einschaltquote allein kann man heute natürlich auch nicht nur nehmen. Also da muss man auch diese neue Phänomene des Binge-Watchings und DVD und über Tauschbörsen und Pipapuff, vielleicht ist es ja der Großteil der, der Game of Thrones-Gucker, ähm, ähm, sozusagen, wie heißt es schön, Raubkopierer, um Gottes Willen. Die Macher von Game of Thrones haben, äh, haben sich dessen gerühmt, dass ihre, dass ihre Serie, ähm, bei den, bei den Stream-Portalen, ähm, mit, also die, die absolute Spitze war. Ja, genau, und deswegen ist das natürlich fraglich, dann nur über die, die Sendezeiten-Schema-Einschaltquote geht. Aber ich glaube, wir schweifen vom eigentlichen Thema. Nee, ich wollte nur sagen, dass ich die anekdotische Evidenz auch bei mir sehe, auch bei Leuten, die jetzt mit dem Internet gar nicht so viel anfangen können, wird das Thema ganz heiß diskutiert. Also das schwappt schon über, wenn ich es jetzt vergleiche mit, also der zweite Hype, wenn ich es mal so nennen darf, äh, der mir so entgegenschwappte, der war ja Star Wars, und da schwappt es nicht über, in meiner, äh, in meiner bekannten Welt. Die, die nicht im Netz groß waren, die haben vom Star Wars-Hype auch nichts abgekriegt. Ne, aber, ähm, das ist vielleicht ein blöder Vergleich. Nur, was, ähm, die Sache ist ja... Da hast du keine Kinder wahrscheinlich. Nee. Weil da ist der Hype natürlich voll eingeschlagen und auch in der Offline-Welt, also... Ja gut, aber die Kinder sind doch schon alle irgendwie verdrahtet. Nicht meine Kinder. Also die sind über den Schulhof verdrahtet tatsächlich. Und die haben auch kein Star Wars geguckt, kennen aber den Inhalt. Der Patrick Breitenbach, der Internet-Medien-Mensch, hält seine Kinder nicht am Tropf. Warum sollte ich denn? Nee, finde ich interessant. Wenn Sie das denn nicht explizit wollen, und das Bedürfnis haben Sie momentan nicht, vielleicht sind wir einfach noch zu klein dafür, aber warum sollte ich Sie denn jetzt in eine Facebook-Welt einführen, die ich selber zum Teil schon problematisch empfinde? Naja, weil wir sehen ja nicht viele so reflektiert unbedingt, die sagen dann halt, hier, guck mal, was Papa macht. Der Papa ist offline oder so, äh, online. Nee, zumal darf man das Inszenierungspotenzial von Kindern auch nicht unterschätzen. Das ist einfach riesengroß. Also zur Selbstdarstellung kann man halt seine Kinder immer gut benutzen. Absolut, das stimmt. Und manchmal ertappe ich mich auch dabei, aber ich habe tatsächlich mir auch strenge Auflagen auferlegt, das tatsächlich nicht zu tun, weil ich glaube, man sollte das Kindern auch nicht unbedingt so ein bisschen aufdrängen. Wobei, ich kann es verstehen, wenn man es macht, aber, also ich will auch niemandem vorschreiben, das nicht zu tun, aber ich habe einfach den Entschluss gefasst, das nicht zu tun, vor allem, wenn sie es selber nicht wollen oder explizit einfordern. Naja, aber außer, wenn da Adorno auf dem Turnschuh steht, der erinnere ich mich irgendwie an ein Foto, dann stellst du das Kind doch schon mal auf den Tisch. Das war nicht mein Kind. Achso, wann ist das? Das war doch nicht mein Foto. Achso, okay. Das war der Raufkopie. Ich würde mal vorschlagen, also wir hatten ja einen kleinen Disput in deinem Blog, einen ganz kurzen nur. Ja. Und da wäre es vielleicht gut, wenn du den Inhalt deines Blogbeitrags vielleicht noch mal kurz... Ich versuche es, weil tatsächlich immer, wenn ich was schreibe, ist das erst mal weg. Und deswegen muss ich mich sozusagen erst mal wieder da reinfinden. Ich habe auch den hier schon parallel so ein bisschen auf, um das so ein bisschen zu scannen. Also ich glaube, der Anlass war ja, um das auch noch mal chronologisch einzuordnen, weil das würde mich natürlich brennend interessieren, gerade bei dir, ob du den gleichen Kommentar heute immer noch so schreiben würdest. Aber vielleicht erst mal sozusagen inhaltlich, was da so meine Thesen waren. Und der Anlass war, glaube ich, so diese erste Welle, wo auch so der erste große Kommentar von Sascha Lobo als Inbegriff der Internetgemeinde, als Pfarrer der Internetgemeinde so ein bisschen... Papst, 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 genau. Er wird das hassen, wenn ich das sage. Ich hoffe, er hört das nicht. Er hört uns nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der hört gar keine Podcasts aus Prinzip. Ich glaube, das ist sowieso nur ein Gerücht, dass der irgendwie im Internet ist. Das kann auch sein. Vielleicht auch nicht mehr, man weiß es nicht. So, also ich habe sozusagen mal diese tatsächlich auch selbst erlebte Stimmung, die er da auch beschrieben hat, dass es sozusagen immer mehr Hetze und Gewaltaufrufe im Netz gibt. Mal zum Anlass genommen darüber zu reflektieren, woran denn das so ein bisschen liegen könnte. Und zum einen habe ich eben damit begonnen, dass sozusagen dieses Thema getrieben wird von einer uralten Angst, die irgendwie in uns allen drin steckt, nämlich die Angst vor dem Fremden. Und ich glaube, seit Anbeginn der Menschen und wo Menschen auf fremde Menschen vor allen Dingen treffen, gibt es diese Ängste. Weil natürlich zum einen tatsächlich auch Bedrohungen des eigenen Lebens stattgefunden haben und diese Angst zum Teil dann eben auch berechtigt war, Vorsicht walten zu lassen. Auf der anderen Seite hätte sich die Menschheit eben nicht so entwickelt, wenn es auch das krasse Gegenteil davon gäbe, nämlich Neugierde, Mut, Entdeckergeist und eben die Neugierde auf das Fremde. Und der Versuch, mit dem Fremden klarzukommen, das Fremde mit zu integrieren, zu kooperieren und damit auch so etwas wie Handelsnetze überhaupt sozusagen zu erschließen. Also ein elementarer Bestandteil unserer Zivilisierungsprozesse ist mit Sicherheit der Handel untereinander. Auch wenn da natürlich auch andere Probleme dadurch entstanden sind, wie soziale Ungerechtigkeit etc. pp. Aber allein die Tatsache, dass es Handelsnetze gab, die weltumspannend irgendwann mit Schiffen und so weiter betrieben wurden, zeigt ja eigentlich, dass man nicht per se nur Angst vor dem Fremden haben kann, um sowas zu machen. Und in diesen beiden Grundhaltungen gibt es halt dann Spannungen, die irgendwie ausgefochten werden müssen. Und wenn das nicht mit Fäusten und Waffen geschieht, dann über Kommunikation oder über Sprache. Und das führt eben dazu, dass diese Angst jetzt auf das Heute übertragen eben dazu führt, dass jetzt da so ein Gefühl ersteht, es kommen Millionen von Menschen, die uns irgendwie was wegnehmen wollen. Und da ist glaube ich so das erste Problem schon mal, dass wir sehr viel haben. Also kann man uns auch sehr viel wegnehmen. Menschen, die sehr wenig haben, haben glaube ich auch weniger Angst, dass man ihnen was wegnehmen kann, weil sie haben schon nichts mehr, was man ihnen wegnehmen kann. Und allein dieses Gefälle führt dazu, dass Angst nochmal ganz anders potenziert wird. Also ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich nach Gründung der Bundesrepublik 49 und vor allen Dingen nach dem Wirtschaftswunder in einer extremen Blase gelebt haben. Und das attestieren uns ja ab und zu auch immer Intellektuelle von außen, die sagen, ja, euch ging es ja so gut die ganze Zeit und kommt doch mal in der Realität an. Da erinnere ich mich irgendwie an ein Interview mit einem israelischen Sicherheitsberater, das ist mir noch so in Erinnerung, weil es sich so eingebrannt hat, mit Thilo Jung war das, war jung und naiv, der irgendwie gesagt hat, naja, ihr lebt ja in eurem Disneyland, weil wir haben hier jeden Tag Gewalt. Für uns ist Terror Alltag. Das kennt ihr alles nicht. Und ihr seid auch gar nicht mehr bereit, für eure Werte irgendwie zu kämpfen und so weiter. Das fand ich schon damals sehr, sehr heftig. Das hat mich echt angepackt irgendwie. Und so im Laufe der Zeit habe ich tatsächlich das Gefühl, ja, irgendwie kann da schon so ein bisschen was dran sein. Wir haben, war oder wir sind zum Glück, will ich fast sagen, in so einer Blase, in einer sehr privilegierten Situation. Und das wird jetzt massiv bedroht. Und das wird massiv bedroht zum einen durch tatsächlich reale Ereignisse und Geschehnisse, die aber dann eben kommunikativ auch entsprechend aufgeblasen werden. Und man unterscheidet halt da immer so ein bisschen zwischen einer realen Angst und einer Angst vor der Angst, ja, also einer Vorstellung. Und die ist meistens sogar wesentlich schlimmer als die reale Angst. Und das potenziert sich jetzt eben durch, das ist so meine These, dass die sozialen Netzwerke dazu führen, dass Angst noch mehr Angst erzeugt. Und dass diese, das Resultat aus dieser Angst, da ist so diese scheinbare Patentlösung, man muss das ausgrenzen. Man muss die Bedrohung ausweisen, verdrängen. Also verdrängen nicht im Sinne von psychisch verdrängen, sondern wirklich entfernen von unseren Körpern, entfernen aus dem Land und auch gar nicht reinlassen und mauern und Zäune und so weiter und so fort. Und damit löst man sozusagen dieses Angstproblem. So und das erzeugt natürlich auf der anderen Seite dazu, dass natürlich die Gegenposition eingenommen wird, weil es natürlich eine Wertehaltung gibt, die dem konträr steht. Es gibt Menschen, die einfach begriffen haben, dass wir in einer globalisierten Welt leben, dass es eben nicht so einfach ist, einfach mal wieder die Grenzen hochzuziehen, dass es entsprechende Konsequenzen haben könnte für Europa und darüber hinaus und so weiter und so fort. Und die beiden fechten jetzt einen großen Werte- und Identitätskampf aus. Und die steigern sich natürlich gegenseitig. Also der eine grenzt den anderen aus, indem er sagt, naja, nur weil du jetzt Angst hast, bist du quasi Nazi. Ich überspitze das jetzt mal bewusst. Und der, der dann als Nazi beschimpft wird, fühlt sich natürlich auch völlig falsch eingeordnet und geht dann sozusagen zur verbalen Gegenattacke über. Und dadurch polarisiert sich das immer, immer stärker. Und eine Mechanik, und da gibt es tatsächlich auch empirische Untersuchungen, auch wenn es von einem Marketing-Professor war. Hoffentlich hattet ihr kein Wirtschaftsmodell. Ne, zum Glück nicht. Nein, aber der hat tatsächlich mal, ich weiß nicht, wie viel es waren, 40.000 oder so New York Times-Artikel untersucht, welche denn am meisten sich weiterverbreitet haben. Also über Sharing und so weiter. Und er hat dann eben daraus die Theorie formuliert oder mit diesen Daten das untermauert, dass er sagt, ein wichtiger Faktor, der dazu führt, dass Geschichten weiter sich verbreiten, ist ein gewisser emotionaler Erregungszustand. Man nennt es auch Arousal im Amerikanischen oder High Arousal Emotions. Und zu diesen Gefühlen, die mit hohem Erregungszustand gehört eben Wut und Angst mit dazu. Natürlich gibt es das auch noch positiv, so dieser Wow-Effekt. Ja, also wenn irgend so ein Österreicher aus so einer Raumkapsel springt, ja, für so eine Brause. Katzenvideos. Katzenvideos, genau. Aber auch nur dann, wenn die Katzen irgendwas spektakuläres machen, was wir so nicht von ihnen erwarten. Wahrscheinlich auch ein Oh-Effekt. In besonderer Art und Weise süß sind. Genau, dieses Oh. Genau. Ein Oh, ein Wow und ein ... Genau, wobei tatsächlich noch, ich glaube, dieses Oh ist noch eine Kategorie unten. Also es gibt ja noch so Gefühle wie Traurigkeit und so weiter. Das sind aber nicht Gefühle mit hoher Erregung. Auf jeden Fall sind da die entscheidenden Faktoren in dem Kontext, worüber wir eben jetzt sprechen, ist tatsächlich Wut und Angst. Und das ist ja klar, wenn wir in Netzwerken agieren, wo plötzlich Leute Angst und Wut verbreiten, dann erregt uns das und dann verbreiten wir mit und kommentieren mit. Auch wenn wir dagegen kommentieren, wir verbreiten ja die ursprüngliche Nachricht. Und so schaukelt sich das, dieser gegenseitige Erregungszustand, immer weiter. Und natürlich muss der eine, damit er gehört wird, noch lauter, noch krasser sein, damit das dann wiederum, und da kommen jetzt dann auch die klassischen Medien ins Spiel, die so eine Art Katalysatorrolle für mich ausführen, die natürlich diese Erregungszustände ebenfalls aufgreifen, weil die auch noch unmittelbar ökonomisch belohnt werden. Also es ist ja Teil ihres Geschäftsmodells, dass sich Nachrichten verbreiten. Und wenn dann irgendwann mal klar ist, dass Nachrichten mit erhöhtem Erregungszustand sich verbreiten, dann setzt da natürlich auch so eine Belohnung ein. Und bei jedem Einzelnen, also nicht nur bei den klassischen Medien, sondern auch bei den Ich-Medien. Das heißt, wenn da, wenn wir zum Beispiel eine Partei rausgreifen. Also Ich-Medium, da meinst du uns. Jeder, der sozusagen in den Netzwerken publiziert, und zwar publiziert in dem Rahmen, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Also es reicht da schon zu kommentieren, sodass mein Netzwerk sieht, aha, der hat jetzt dieses Thema aufgerufen und äußert sich dazu. Oder wenn ich einfach nur Share oder Retweet drücke, sorge ich ja mit dafür, dass diese Nachricht zirkuliert. Und sich weiter verbreitet. So. Und die klassischen Medien, wie gesagt, agieren da so ein bisschen als Katalysator, weil die damit natürlich auch unmittelbar belohnt werden. Also nicht umsonst. Wenn man sich so die letzten Themen der Talkshow mal anguckt. Ich fand die letzte Heute-Show, das war einer meiner Lieblingsformate, fast noch das vernünftigste Format im Fernsehen. Was erschreckend ist. Dass mittlerweile, dass gerade bei jüngeren Generationen diese Satireformate, die Funktion der, was bei den Älteren noch die täglich Nachrichten gemacht haben, dass die Satireformate das mittlerweile anfangen zu übernehmen. Also dass die Information, was man so über die Welt sich einholt an Informationen, über die Satireformate passiert, was schon bemerkenswert ist. Das ist ja im US-amerikanischen Bereich, das sind ja diese Formate sehr viel ausgeprägter, auf denen ja auch dann die Heute-Show dann basiert. Ein kleiner, kleiner Einschub plus. Der Postillern zum Beispiel ist meine Nachricht des Jahres, dass die 62 fleißigsten Menschen so viel verdienen, wie die 50 Prozent Faulsten oder so. Also das macht, das kann man besser in der Tagesschau gar nicht nachstellen. Aber okay. Was ich viel bemerkenswerter finde beim Postillern ist ja, dass er tatsächlich quantitativ die Bild-Zeitung überholt hat, also bild.de. Also er ist auf Platz eins, was Reichweite angeht. Auch das sollte uns mal zu denken geben. Obwohl, das ist nicht verkehrt. Nö, ich will es nicht bewerten, sondern einfach nur mal so, da ist ein Konzern, da ist ein Konzern mit keine Ahnung wie viel tausend Mitarbeitern und da ist eine fast One-Man-Show, mittlerweile hat er ja ein paar Leute. Aber er erzieht die höhere Reichweite als bild.de. Das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Das ist, ja. Ja. Das wusste ich nicht. Ja. Siehst du, da habe ich jetzt mal sozusagen nach dem Nobelpreis auch mal eine Information. Ja, aber du hattest gesagt, die Heute-Show, deine Lieblings... Genau. Jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Es ging um Talkshows und weil es geistert ja auch immer so dieses Narrativ umher. Wir dürfen gar nicht mehr über dieses Thema sprechen, offen und das gar nicht so thematisieren, unsere Ängste. Und dann haben die mal tatsächlich so drei bis fünf Minuten, gefühlt waren es zehn und der Welke hat dann nebenbei noch Tee geschlürft und so weiter, haben die mal alle Talkshow-Titel aufgelistet im deutschen Fernsehen, die im letzten halben Jahr oder dreiviertel Jahr zu diesem Thema runtergerattert sind. Und tatsächlich mit so krassen Angsttiteln. Also wo diese Angst tatsächlich auch verbalisiert wurde. Aber das ist tatsächlich, das ist ein Phänomen, was relativ häufig über den Weg läuft, dieses das ist ja, das läuft ja nach dem Muster, das wird man ja noch sagen dürfen, dass halt nach diesem, nach diesem, strukturell nach diesem Satz immer etwas kommt, was ein Allgemeinposten ist. Das konnte man auch damals bei dieser ganzen Sarrazin-Debatte verfolgen, weil Sarrazin hat ja nichts geschrieben, was nämlich sowieso halt, sag ich mal, Mehrheitskonsens war. So diese, halt so diese ganzen Thesen und so weiter. Er hat damit ja keine Minderheit aufgegriffen. Und dieses, 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 ähm, dieses, ähm, sag ich mal, diese aggressive Form, diese aggressive Position, die er damit als, als für eine, eine Großgruppe übernommen hat, wurde denn irgendwie in diese viel attraktivere Rebellenposition reinformuliert durch die Formulierung. Das wird man ja noch sagen dürfen, das wird immer verschwiegen. Und dann gleichzeitig auch immer dabei gesagt, dass es versucht wird zu unterdrücken. Wobei man mal gucken könnte, ich glaube, das würde eh nicht ausfallen zu dem, äh, zu der Hochzeit dieser Debatte, wie die Talkshow-Landschaft damals aussah. Und in welche Talkshows er alles eingeladen wurde und wurde und so weiter. Und das ist auch strukturell ähnlich wie die, äh, wie diese, äh, Nazi-Keule, die ja selbst relativ wenig zum Einsatz kommt. Aber was, äh, dafür sehr häufig zum Einsatz kommt, ist ja die Nazi-Keule-Keule. Also das, das, sobald man auch nur halt eine, eine Analyse anfängt, die halt irgendwie in die Richtung geht, dass einem vorgeworfen wird, dass das, dass man jetzt auf einmal populistisch werden würde, weil man, äh, mit Nazi-Vorwürfen käme. Und diesen Vorwurf, den handelt man sich sehr schnell ein. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen auch auf beiden Seiten stattfindet. Also diese, also ich glaube, dass dieses, äh, da wird man ja noch sagen dürfen, ist sozusagen ein vorauseilender Schutzmechanismus für das, was dann kommen könnte und was auch in einigen Fällen dann tatsächlich auch kommt. Ähm, weil, und je härter die Fronten sind und je klarer sie werden und dieses Gefühl habe ich einfach und das drückt sich ja oft genug auch in Kommentaren aus, wir haben keine Mitte mehr, wir haben keine Grautöne mehr. Ähm, das resultiert da sozusagen auch so ein bisschen daraus, dass natürlich dieser Abwehrmechanismus, und das habe ich ja geschrieben, mit Ausgrenzung erzeugt Ausgrenzung. Wir sind die Guten, die sind die Schlechten. Wir sind die, äh, die sind die Gutmenschen, die sind die Nazis. Ja, und das ist eine ganz klare, abwertende Kategorisierung, die natürlich dazu führen soll, dass man dem anderen auch gar nicht mehr zuhören darf, soll und kann, dass alles, was aus seinem Munde kommt, natürlich dann auch entsprechend gefärbt ist. Und das, ähm, kann natürlich nicht dazu beitragen, dass es irgendwie einen, einen konstruktiven Dialog gibt oder ein, ein Diskurs, der nur so annähernd an Habermasche Ideale, äh, heranreicht. Also, das sind ja beides im Prinzip identitätsstiftende Formulierungen, äh, sowohl dieses, man wird ja doch mal sagen dürfen, hast du ja jetzt beschrieben, Thomas, als etwas, wo man sich als Rebell quasi sterilisiert, nicht sterilisiert, stilisiert. Und, und das Zweite ist ja dieses typische, äh, ich bin ja kein so und so, aber, ja, das ist ja auch eine, äh, Form, sich zu positionieren, seine Netz, wenn wir im Netz bleiben, seine Netzidentität oder überhaupt Identität, die, ähm, sind ja beide solche Formulierungen. Und das weist mich so ein bisschen darauf hin, dass es in diesem ganzen Diskurs halt ganz stark um Identitätsausprägungen geht. Dass es gar nicht mehr so sehr um Inhalte geht, also man könnte ja zum Beispiel einfach ein Argument bringen, ohne vorher zu sagen, welche Position man hat. Das traut man sich aber nicht mehr, weil man sofort eine Zuschreibung einer bestimmten Identität anheimfällt. Und das beobachte ich in dem Diskurs schon sehr stark, dass du, äh, egal was du sagst, von beiden Seiten entweder sofort der Gutmensch bist oder halt sofort der Nazi, ja. Und, also, Pegida zum Beispiel, ähm, ist gar nicht so eine lange her, äh, eine Studie, die habe ich mir aber nicht weiter angeguckt, noch nicht, ähm, soll ja wohl, das hat mich überrascht, der Grad der, der Rechtsextremen, der Rechtsextremen innerhalb von Pegida wäre normal verteilt, äh, wie anderswo in Deutschland auch. Also, hier schreiben sie genauso hoch wie in Düsseldorf. Und Pegida ist vor allem, äh, zusammengesetzt aus Unzufriedenen. Aber halt strukturell, das erwähnen sie auch, äh, oder dynamisch passiert es dann halt da, dass die dazu beitragen, dass Heime brennen, weil sie, ähm, öffentlich, also nochmal legitimieren die Extremen, ja. Aber sie selbst werden ganz schnell rechtsextrem zugeschrieben. Und, und, äh... Weil, ja, weil natürlich da die Masse kategorisiert wird und nicht die Ansammlung der Individuen. Und das ist ein massives Problem. Das ist ein massives Problem, was wir an allen Orten feststellen können, auch in diesen Netzdebatten. Da geht es gar nicht um sprechende Individuen. Und da ist es tatsächlich sehr nah vielleicht an der Sozialtheorie oder soweit ich sie verstanden habe, dass es tatsächlich nur noch Kommunikation ist. Und nicht mehr kommunizierende Individuen, sondern dass, dass einfach nur noch Masse und Massenkommunikation stattfindet. Also sprich, ähm, dass man gar nicht mehr auseinanderklamüstern will, warum jetzt Person A bei Pegida mitläuft, die vielleicht ganz anders drauf ist als Person B und auch ein ganz anderes Interesse vielleicht verfolgt. Und vielleicht 50 Prozent der Aussagen, die die auf diesem LKW da runterbrüllen, äh, gar nicht so nehmen, sehen, wie jetzt andere und auch gar nicht auf die Idee kämen, irgendwas anzuzünden oder jemanden zu verprügeln, aber die vielleicht irgendwie tatsächlich Angst haben, was auch immer, oder eine Sozialisation hatten, die sie dazu gebracht haben. Aber das Problem ist, man schaut sich ja nur die Masse an und man bewertet die Masse und gar nicht die einzelnen Interessen, die einzelnen Individuen. Und da ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, auch im Umgang damit. Im Grunde genommen hatte ich mal so die verrückte Idee, eigentlich müsstest du da genauso viele gesprächsbereite Menschen hinschicken, um die aus der Masse zu ziehen und Einzelgespräche zu führen. Um das Masse überhaupt mal aufzulösen. Das Ding ist ja aber auch bei diesen, ähm, weil es ist ja auch im Prinzip für die Sache auch völlig egal, aus welchem Einzelinteresse eine Person jetzt da steht. Denn die Wirkung, also diese, die Wirkung wird ja durch die Massenansammlung entfaltet. Ähm, und das ganz, weil das als, als etwas gilt, weil die, die, sag ich mal, die reine physische Menge halt etwas auslöst, was eine Einzelperson, wenn sie sich da irgendwo auf den Platz stellen würde, gar nicht machen könnte. Ähm, und aus welchem Grund auch immer, theoretisch könnte das ja auch, sag ich mal, das könnte auch, da, da könnten, ist jetzt, ist jetzt ein Fantasiebeispiel, aber es ist, denke ich, vorstellbar. Ähm, das irgendwie ist, das wurde angekündigt von mir aus und, ähm, da sind ganz viele Reporter drauf neugierig geworden und haben sich gedacht, hey, da, ähm, geh ich mal rein und mach so eine, so eine, sag ich mal, so eine teilnehmende Beobachtung. Die wissen alle von nichts. Und die Hälfte der Leute, die da stehen, sind eigentlich gar keine, die die, äh, die alle da teilen, sondern Reporter, Reporterinnen, die einfach nur teilnehmend beobachten. So wie der Verfassungsschutz in... Aber das Ding ist, dadurch, es macht, für die Sache her, macht es im Prinzip auch keinen Unterschied. Ähm, weil die, weil diese Pegida-Ansammlung da, ähm, diese Pegida-Demonstration das auslösen, was sie auslösen, das kommunizieren, also was, äh, was das transportieren und das ist, ist es, dafür ist es nicht relevant, was da Einzelpersonen denken, weil, ähm, ihre Innenzustände ohnehin nicht überprüfbar sind und sie in dem Sinne da nur als, ähm, sag ich mal, als, als Masseerweiterung fungieren für die Botschaft, die dann halt über die Masse verteilt wird. Ähm, und, ja, und, äh, da ist dann die Frage bei dem Umgang damit, also inwiefern kann man den Leuten zutrauen, dass sie sich dessen bewusst sind, dass halt so das, ähm, dass ihre Anwesenheit, ihre reine Anwesenheit da etwas auflöst, dass ihre persönlichen Meinungen und so da ohnehin nicht die Rolle spielen, ähm, denn, naja, es ist halt, also, das ist, glaube ich, ein Mechanismus, der bei, ähm, der sowieso auftritt, wenn, wenn, äh, Gruppen sich bilden. Also, da muss ich ein bisschen eine Gegenposition einnehmen, ein bisschen, weil du bist ja, also, wir haben hier so die Spielregeln, dass, dass Thomas so die systemische Makroebene und ich immer so die Mikroebene ein bisschen verteidige, glaube ich, so ein bisschen entwickelt, obwohl das, äh, wahrscheinlich, äh, gar nicht so extrem ausgeprägt ist bei uns, aber du kommst ja, also, wenn eine Umfrage ergibt unter Pegida, also, mal die, äh, anekdotische Evidenz, da habe ich das halt auch, dass ich, äh, eine Bekannte habe, die sympathisiert mit Pegida und ich möchte die immer davon abbringen und ich weiß aber, dass sie die Rechten hasst wie die Pest, also, sie geht nur deshalb nicht hin, weil da die Rechten sind und, äh, wenn dann sowas, ähm, kommt wie, und das ist Angst bei ihr, Angst vor den Ausländern, so, und, äh, wenn so eine Umfrage ergeben hat, ich, lass mich jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das waren so eine ganz hohe Zeit, ich glaube 86 Prozent habe ich irgendwie im Kopf, dass eine Umfrage unter Pegidisten, äh, das hieß 86 Prozent wären, hätten Angst vor, äh, Rechtsextremismus, dann heißt es von links gleich, das ist alles gelogen, so, also, ähm, und das kannst du ja nur auflösen, wenn du dann, wie Patrick sagst, äh, dir mal die Einzelnen rausnimmst und eben nicht so auf die Masse guckst. Ja, ich versuche mal da jetzt so die Mittelposition einzunehmen, also, ich glaube, mittlerweile, und das kann man, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt unter uns drei da einen Konsens gibt, aber ich würde schon sagen, dass die Leute, die zur Masse sprechen, ja, also rechtspopulistisch bis rechtsextreme Positionen vertreten und nicht zu Unrecht ja auch Anzeigen wegen Volksverhetzung und so weiter an der Backe haben mittlerweile. Also, ich glaube, da sind wir uns einig. Wir messen, wir messen sie nur an ihren Aussagen, ja, ja, aber auf der Grundlage, ja, auf jeden Fall. Genau, also nur die Aussagen, ob die Person jetzt so ist, aber die Aussagen, die sozusagen an die Masse gerichtet werden, kann man schon so beschreiben. Jetzt nicht alle, aber es sind welche dabei. So, das heißt natürlich auf der einen Seite, als wenn ich da teilnehme, aus welchem Grund auch immer, ob ich jetzt stiller Teilnehmer bin, um das einfach mal anzugucken oder wirklich bei der Sache bin, muss ich mir mittlerweile zumindest bewusst sein, dass ich damit diese Aussagen auch unterstütze mit meiner körperlichen Anwesenheit. Also kann ich mich eigentlich auch dieser Verantwortung nicht wirklich entziehen als mündiger Mensch, wenn man das so sehen kann. Also das heißt, diese Begründung, ich habe was gegen Rechtsextremismus, ich gehe aber dahin, weil ich Angst habe, fände ich jetzt schwierig sozusagen dann auch ethisch als Subjekt dort weiterhin zu vertreten. Dann muss ich mir vielleicht irgendwie einen anderen Ausdruck suchen, um meine Angst zu artikulieren. Ich glaube aber, dass tatsächlich die meisten sich darüber überhaupt gar wenig Gedanken machen oder das irgendwie reflektieren, sondern das, was alle irgendwie dort zusammentreibt, ist so ein Gefühl der Ohnmacht. Und ich glaube, dass Pegida eines der besten Ausdrucksformen für gescheiterte Integration ist, nämlich Integration des gesamten Landes. Weil Integration ist für mich nicht nur das, was Ausländer leisten müssen, die jetzt neu dazukommen, sondern Integration ist was, was eine Gesellschaft leisten muss tagtäglich mit allen Teilnehmern, die sich darauf einigen, unter einem Grundgesetz, Wertegerüst und so weiter zusammenleben zu wollen. Und das gilt unabhängig von Pass. Es ist also ein dialogischer Prozess, kann man so sagen. Genau. Und es ist unabhängig von Ethnie, Pass und, keine Ahnung, Nationalität, wie auch immer, gilt es für alle Teilnehmer einer Gesellschaft, dass man sich integriert in eine Gesellschaft. Und ich finde, Pegida ist ein Beispiel dafür, dass es da nicht gelungen ist, offenbar. Und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass das ausgerechnet in Dresden geschehen ist, die sich schon immer so ein bisschen, an der Stelle verweise ich vielleicht so an einen anderen Seiten-Podcast, den ich mal gemacht habe mit… Den Ossi-Podcast. Den Ost-West. Okay. Ich bin ja Ossi, ich darf sowas in die Mund erzählen. Genau. Also ich als Wessi habe mit Jan oder auch bekannt unter seinem Pseudonym Borg-Drohne einen dreistündigen Podcast über Ost-West-Kulturen, vor allen Dingen die kulturelle Geschichte von Dresden so ein bisschen. Und er ist selber Dresdner und war auch damals da mit auf der Straße und hat einiges erlebt und war da wirklich sehr, sehr tief involviert. Und der hat mir tatsächlich vermittelt, dass das auch so ein Stück weit eine Dresdner Lokalsache ist, weil Dresden sich auch schon zu DDR-Zeiten nicht integriert gefühlt hat. Also nicht integriert in die da oben in Berlin. Die haben sich schon immer so ein bisschen als Fremdkörper empfunden. Sie haben einige Demütigungen im Laufe ihrer Geschichte erfahren. Ich glaube, das steckt noch ganz tief in dem Dresdner-Kultur-Gen so ein Stück mit und hat so mit seine Wirkung. Das kann auch daran liegen, dass, weil ja rechte Einstellungen in, sag ich, in ländlichen Gebieten, in Dörfern, also im gesamten Bereich der BRD, dass ja rechte Einstellungen in Dörfern, also Städten mit weniger Bevölkerung, sowieso ausgeprägter sind als in Städten mit viel Bevölkerung. Also und das tendenziell, glaube ich, die, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, aber ich meine, dass tendenziell die Bevölkerungsdichte in den neuen Bundesländern geringer ist als in den alten Bundesländern. Also das ist die, das ist so eine These, die auf den Soziologen Gunnar Heinsohn zurückgeht. Der macht so die Kriegsdemografie. Die sagt halt, Kriminalität und Krieg, und das hat er untersucht vom Mittelalter an bis bis heute, ist ganz stark geprägt vom Männerüberschuss. So. Und du hattest nach der, in den ländlichen Gebieten nach der … Oh ja, oh, darüber habe ich mich schon öffnig gestritten. Ich will jetzt nur referieren. Ja, ja, nee, ist im Abel. Ich referiere es jetzt. Und er sagt, das wäre halt so, und wenn man dann demografisch guckt, sieht man, dass viele Frauen ausgewandert sind aus dem Osten, aus den ländlichen Gegenden, dort ein gewisser Männerüberschuss da ist und dort dann, dass sich irgendwie kanalisiert in irgendwelchen Gewaltakten. So. Und dass das jetzt rechts ist, kann sein, das kann auch woanders sich in was anderes kanalisieren, ja, aber das wäre so eine … Ich kann das auch verlinken. Ich werde das auch verlinken. Ich habe jetzt die ganze Studie nicht im Kopf, aber ich werde sie verlinken. Und die haben sich das dann angeguckt und haben die Erklärung darauf basieren lassen. Ich finde das jetzt schon eine reizvolle These. Ich habe sie natürlich nicht nachgeprüft. Also der hat da Massen von Daten, das muss ich dann erst mal so hinnehmen. Also sagen wir so, mir ist das durchaus bekannt. Ich greife jetzt wahrscheinlich auch auf unsere nächste Episode vorzeitig. Spoiler. Spoiler-Alarm. Aber die nehmen wir erst auf, also kann ich noch nicht so viel verraten. Aber tatsächlich übermorgen nehmen wir die auf und auch zum Thema männliche Gewalt, um das nochmal zu gucken. Und da haben wir aber auch vorab schon mal heiß über Gunnar Heinzens Theorie diskutiert, die ja tatsächlich sehr umstritten ist, weil er es sich natürlich extrem auch einfach macht und viele Phänomene sich empirisch dadurch auch nicht erklären lassen. Also dass in gewissen Ländern, wo es einen sehr deutlichen Männerüberschuss gibt, plötzlich doch keine Gewalt auftritt, wo er es sonst attestiert. Das heißt, da müssen noch andere Faktoren mitspielen. Ich glaube aber tatsächlich, dass junge Männer per se sich wahrscheinlich in Horden anders verhalten als junge Frauen in Horden. Das heißt nicht, dass Frauen weniger gewaltbereit sind, sondern sie Gewalt vielleicht eher nach innen richten oder anders ausüben als Männer, die eher körperlich zur Sache gehen und da geprägter sind. Zumal auch Frauen natürlich körperliche Gewalt ausüben, aber natürlich jetzt gesamt makromäßig natürlich so jetzt nicht zu erkennen ist. Also ich glaube schon, dass das mit tatsächlich ein Faktor ist und auch tatsächlich dieser Frauen-Wegzug. Aber ich glaube, dass da noch ein paar andere Dinge mit dazugehören. Also man darf zum Beispiel auch nicht vernachlässigen, dass natürlich ein Leben unter einer Diktatur und nichts anderes war die DDR letztendlich oder ein totalitärer Staat auch seine Spuren hinterlässt. Also dass das schon mal eine interessante Frage wäre, wie sehr beeinflussen mich diese totalitären Strukturen in meiner Sozialisation? Also was macht das mit mir da zu leben und zum Teil auch zu wissen, dass ich in diesen Strukturen lebe? Und auf der anderen Seite diese Verteufelung des faschistischen Westens und auch diese ganz klare Polarisierung, Klassenfeind und so weiter und so fort. Die Propaganda, die stattfand, die natürlich aber auch im Westen im Kalten Krieg stattfand, auch das müssen wir natürlich deutlich hervorheben. Also ich denke da nur an die Rembo-Filme und Rocky-Filme und Pipapo, wo wir alle amerikanisch sozialisiert wurden und auf diesen Kalten Krieg gegen Kommunismus in McCarthy-Manier eingeschworen wurden. Dass das natürlich auch alles seine Spuren hinterlässt und dass natürlich auch nicht nur Frauen wegziehen, sondern vielleicht auch junge Männer, die in strukturschwachen Regionen und auch das muss man sehen, da war halt, ist halt auch ganz viel ausgeraubt worden durch kapitalistische Maßnahmen, die im Osten gemacht wurden nach der Wende. Also da wurden ja, also allein diese Treuhand-Affäre und so weiter, was da alles abgezogen wurde. Und dass das auch so ein Stück weit so einen Trümmerhaufen hinterlassen hat und nicht diese berühmten blühenden Landschaften, die uns Helmut Kohl mal versprochen hat. Und dass dieses ganze Konglomerat aus strukturschwacher Regionen, aus Sozialisierung, die nicht gerade durch übermäßig differenzierende politische Bildung besteht und so weiter, vielleicht mit zu diesem Phänomen am Ende beigetragen hat. Also ich, aber ich finde es halt schwierig, da immer so ein Ding, also ganz fatal finde ich zu sagen, alle Ossis sind jetzt eher rechts oder so. Also die Sache ist ja… Ganz kurz noch dazugefügt und es war ja nicht so, als ob es Rechte nicht auch schon zu DDR-Zeiten gab. Auch da gab es schon Skinheads und diese Gruppierungen und so weiter. Die sind also nicht von heute auf morgen gekommen. Also hier mein Kollege hat mir das erläutert, wie er selber sozusagen von rechten Schlägerbanden damals noch in der DDR in diesen Jugendclubs auch verprügelt wurde. Also auch das waren schon gesetzte Strukturen, die sind nicht von heute auf morgen nach der Wende gekommen. Es gab ja auch eine Wanderungsbewegung, dass viele oder einige rechte Menschen aus den alten Bundesländern dann rübergezogen sind, um da denn auch Strukturen aufzubauen. Ich weiß nicht, inwiefern das bekannt ist. Die rechte Hochburg in Westdeutschland ist ja Dortmund, wo halt auch ganz viel rechte Gewalt passiert und so weiter. Und wo es halt auch, wo auch viel Organisatorisches passiert für die rechte Szene. Genau. Und da werden ja zum Teil sind da ganze Jugendclubs und Feuerwehren wirklich auch bewusst und gezielt unterwandert. Da veranstaltet die NPD Familienfeste und so weiter. Und ein Phänomen, was auch wieder so ein bisschen anekdotisch ist, aber da habe ich auch mit einem Freund lange darüber gesprochen, der selber mal in dieser Szene war und tatsächlich auch so ein Typen wie den Wohlleben zumindest so grob mal über den Weg gelaufen ist. Also so das personifizierte Böse so ein bisschen. Also in diesem NSU-Kontext. Und da war es tatsächlich so, dass da Politik gar nicht so die maßgebliche Rolle gespielt hat, sondern eher dieses Gemeinschaftsgefühl und gemeinschaftlich verschmelzen, viel Alkohol. Natürlich prügelte man sich auch, aber das waren eher so Rituale. Und da kam es dann tatsächlich auch vor, dass Vietnamesen Teil dieser Skinhead-Gruppe waren. Also solche abstrusen Kombinationen. Und dass da, glaube ich, eher so dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses Zugehörigkeit eine viel größere Rolle spielt, als wirklich jetzt die politische Gesinnung und Ausrichtung. Aber es gibt halt viele, die instrumentalisieren das dann halt. Aber dass wir jetzt darüber gelacht haben, so geschmunzelt haben, zeigt ja auch schon, wie stark unsere, also deutet darauf hin, wie stark wir auch eingebettet sind in bestimmte Annahmen. Dass nämlich es so ist, dass Rechte halt so, also dass die Struktur so und so funktioniert. Und wenn dann in Vietnamesen dort auftaucht, dann lachen wir. Also das kann ja gar nicht, wie kommt das? Ja, weil es auch, weil es auch der Selbst, also eigentlich auch gegen die Selbstbeschreibung verstößt. So, das ist ja, das ist ja auch, aber das ist natürlich fraglich, warum es in solchen Gruppen anders laufen sollte. Halt Widersprüche gibt es, also Identitäten sind voll mit Widersprüchen, die natürlich halt niemals bewusst werden dürfen, weil das den Status der Identität an sich gefährdet und so weiter. Und Gruppen sind widersprüchlich und das muss alles überdeckt werden. Und das sind Prozesse, die so gut wie in allen Gruppen passieren. Interessant wäre dann sich einzugucken, wie da halt Widersprüchlichkeiten halt überdeckt werden. Wenn ich Zeit hätte, würde ich mir das von dem Heinzern, also wirklich diese Daten auch näher angucken. Nur weil das jetzt, es wird ja kritisiert. China, glaube ich, als Gegenbeispiel und so. Da gibt es ein paar Länder, die das zu widerlegen scheinen. Aber man verwirft ja auch nicht eine Theorie, nur weil es ein paar Anomalien gibt. Da muss schon mehr dran. Also ich weiß es ja nur aus seiner Aussage. Wenn China die Anomalie ist, dann ist das eine ziemlich fette Anomalie, also rein bevölkerungstechnisch. Ja, also eins ist klar, die Welt ist eine Multikausalität. Dass man nicht sagen kann, hier, wir haben eine, wir haben die Welterklärungsformel. Das ist schon klar. Nur die Frage ist dann, haben wir eine Theorie, die mehr erklärt, also die eine höhere Erklärungskraft hat als andere und bessere Vorhersagen macht. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir versuchen eine Vorhersage, wir haben dort und dort Männerüberschuss oder wir haben einen Rückgang des Männerüberschusses, also nicht der Männer an sich, sondern des Überschusses, des Verhältnisses gegen Frauen und machen die Vorhersage, dass dann Kriminalität abnimmt oder so. Und das trifft dann ein. Dann kann man sagen, die Theorie ist ganz gut, macht man in Naturwissenschaften ja auch. Man sagt nicht, die stimmt, diese Theorie, sondern die sagt, das ist eine Vorhersagetheorie, mit der wir arbeiten können. Da können noch ganz andere Faktoren mit reinspielen. Die muss man sich dann angucken. Was mir am Diskurs momentan im Internet überhaupt nicht gefällt, also das, was mich richtig wütend macht, ist, dass man, wenn man eine sozialwissenschaftliche Perspektive einnehmen will und sagen will, ich gucke mir das mal neutral an. Ich gucke mir einfach mal Statistiken an. Was ist denn neutral? Dass man sofort in eine Ecke kommt. Also das ist ganz schlimm. Ja, aber warum lacht ihr jetzt? Aber was ist denn neutral? Richtig, also was ist Neutralität? Ja, okay, gut, das ist jetzt mein verqueres Selbstverständnis von Objektivität als Empiriker, dass ich der Welt als objektiver Mensch entgegentrete. Ich weiß, das ist voll verquer, aber zumindest der Versuch, dass ich sage, ich will mal ohne Partei zu ergreifen, mir Daten angucken, wird mir schon unterstellt, dass ich dadurch schon Partei ergreife, was durchaus sein kann, aber es wird mir boshaft unterstellt. Das wird mir nicht als rein wissenschaftliche Information geliefert und das regt mich auf. Aber was ich feststellen muss ist, dass der Thomas uns so ablenkt, dass ich eigentlich mein Argument, was ich, also du hast mich ja gefragt, Patrick, ob ich meinen Kommentar zu deinem Blog-Eintrag heute immer noch so schreiben würde. Ja, vielleicht musst du erst mal erläutern, was du geschrieben hast, also für die Hörer. Ja, achso, und Thomas hat die ganze Zeit immer abgelenkt, das macht er aber immer. Ich lenke gar nicht ab, dass es Kommunikation hat, kann man doch gar nicht steuern. So, das muss man gesagt. Das ist das, wenn Systemtheoretiker, die können sich immer rausreden, weil die nie schuld sind an der Art der Kommunikation, die die führen, weil ja die Kommunikation immer selbst durch den Raum... Nee, wir können uns eben nicht rausreden. Das ist nämlich unabhängig davon, ob das funktioniert. Wir können nur immer weiter machen. Ich kriege es noch halbwegs zusammen. Und ich muss aber dazu erwähnen, dass dieser Kommentar, dass das keine wissenschaftliche Ausarbeitung war, sondern dass das ein Gedanke war. Ja, so wie mein Beitrag. Ja, dass ich da nicht sage, ich, 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 das ist die Wahrheit, mit der ich missionieren will, ne? Das ist so ein Denkansteller. Aber da können wir ja vielleicht schauen, ob wir... Also du hast ja gesagt, dieses limbische System spielt verrückt und da steigern sich alle rein. Mhm. Und diese Hetze gegeneinander. Und ich wollte dem etwas Positives abgewinnen. dieser, dieser Panikmache sozusagen. Und da ging ich davon aus, dass wir ja schon vor über zehn Jahren eigentlich die ertrunkenen Flüchtlinge haben, die permanent ertrinken. Und das hat bislang kein interessiert. Und dann habe ich mich gefragt, woher kommen jetzt plötzlich die Solidaritätsbegründungen, wenn die früher nicht da waren? Da habe ich einfach mal unterstellt, dass die jetzt nicht aus Sympathie kommen, weil die... Vorher war es ja auch in den Medien, aber es war halt nicht der Hype. Redest du von zehn Jahren, weiß nicht, Facebook gibt es doch nicht seit zehn Jahren. Ach so, nee, ach so, dass das vielleicht damit zusammenhängt, ja, Blog-Einträge, ich habe mal geguckt und da waren, glaube ich, schon 2003, ich dachte, es wäre ein Artikel von 2014 oder 2015 und der war von 2003, wo genau das beschrieben wurde wie heute, an der Küste ertrinken, Flüchtlinge. Und ich habe mir gedacht, naja, das mediale Wettrüsten spaltet sich in zwei Lager, dass man sagt, okay, jeder, der nicht für uns ist, ist halt gegen uns. Und so entwickelt sich dann eine Frontlinie, wo man sich positionieren muss. Und der sachliche Verwaltungsgeist, der objektive, in Anführungsstrichen Verwaltungsgeist, der vorher geherrscht hat, der hat ja das globale Arm-Reich-Gefälle nicht gelöst. Und weil ich sage, dass wir nicht über Vernunft unsere Privilegien aufgeben werden, sondern dass wir das nur mit einer inneren Erregung eben mit so einem limbischen Sturm im Kopf überhaupt machen können. Und meine These war dann, die Rechten sind gegen die Flüchtlinge vorgegangen und weil sie das taten, positionierten sich Leute, die gegen die Rechten waren, meistens Linke, traten dann erst auf den Plan, weil sie sagten, das wollen wir nicht, wir wollen die Rechten nicht. Und das heißt, dass das Böse sozusagen das Gute mit auf den Plan gerufen hat. Und dann kann man in dieser ganzen Wut, kann man dann auch auf die Politik einwirken und etwas verändern, weil die Politik sagt, jetzt müssen wir mal irgendwas machen. Und meine Befürchtung ist, sobald halt das Wettrüsten, von dem du sprichst, sich widerlegt, nicht widerlegt, sondern sich beruhigt, dann wird wieder dieser Verwaltung, dieser ruhige, ballflachhaltende Verwaltungsgeist Einzug halten und dann werden die Flüchtlingsfragen wieder so geklärt wie vor zehn Jahren und die werden nach wie vor weiter ertrinken. Das war halt mein Punkt, wo ich dieser Hetze irgendwas Gutes abgewinnen wollte. Das ist witzig, weil du im Prinzip dann ja das Gute dem abgewinnt, indem du die Ausgangssituation noch pessimistischer siehst, was wahrscheinlich durchaus realistisch ist. Aber das ist, ja, ist. Es wird ja nur komisch, weil wir sehr nomativ waren. Ja, und die Frage, ich habe es dir ja bewusst gestellt, würdest du es heute nochmal anders formulieren, weil wir haben ja jetzt sozusagen wieder den Umkehreffekt. Also wir haben nach wie vor ganz viele ertrinkende Flüchtlinge, aber die Debatte wird ganz anders geführt. Also auch das blenden wir jetzt wieder aus in unserem Wutkreislauf. Also jetzt dreht sich ja die Debatte rein da drum, Grenzen auf, Grenzen zu. Und was machen wir mit Kriminellen und pipapo, aber über das Grundthema, was dir jetzt am Herzen gelegt hat, nämlich Aufmerksamkeit auf die Ertrinkenden, da sind wir schon wieder weg. Also es taucht mal so als Randmeldung auf, da ist wieder zigtausend untergegangen. Jetzt erhöht man noch den Druck auf Griechenland und die Griechen, oder man erhöht den Druck und wirft den Griechen vor, dass sie Ertrinkenden helfen. Das wird ja völlig absurd. Also auch dieses Bild hat sich so extrem gekippt und ist extrem gewandelt, dass ich tatsächlich so ein bisschen die Vermutung habe, dass das eher so ein Erregungszustand ist, aber auch auf Dauer nicht wirklich zu Problemlösungen beiträgt. Und ich glaube, ja, man braucht so eine gewisse Wut und Empörung, um mal ein Thema anzustoßen, aber dann muss man auch irgendwann sich wieder beruhigen und sich überlegen, okay, wie kann man jetzt gemeinsam Lösungen entwickeln? Und das sehe ich halt im Moment leider nicht. Darauf möchte ich gleich antworten. Ich möchte kurz vorschlagen, dass wir eine Pause machen, denn ich müsste mal die Gardinen waschen. Ich müsste dem Präsidenten die Hand schütteln. Ich müsste das Fenster putzen, das Bett machen, den Tisch abräumen. Indisponiert. Okay, aber dann gehe ich auch ganz schnell die Gardinen laschen. Bis gleich. Aber ganz kurz. Soll ich hier irgendwie Stopp machen oder laufen lassen? Lass laufen, ich packe das dann raus. Du kannst natürlich auch jetzt das Publikum unterhalten in der Zeit. Nee, weil dann hole ich mir tatsächlich auch einen Kaffee und was zu trinken. Gut. Okay, bis gleich. Lass mal laufen. So. Ist schon jemand außer mir da? Ja. Sehr gut. So. Wenn ich mich jetzt täglich mit zweieinhalb Litern Tee zukippe, verlangt erst das größere Recht. Das ist wichtig. Einfach so oder steckt da auch dahinter? Ich halte Tee einfach für gesund. Er schmeckt mir zwar nicht, aber ich versuche mir eine Gewohnheit zu bilden. Ja, das habe ich auch mal versucht. Tatsächlich auch das Gleiche, also mit Tee. Und war es erfolgreich? Nee, tatsächlich nicht, weil ich jetzt die gleiche Menge an Kaffee trinke. Also zumindest die Flüssigkeitsmenge hat sich irgendwie... Nee, aber ich habe tatsächlich auch gemerkt, dass viel Flüssigkeit eigentlich ganz gut ist. Und zu meinem Glück mag ich keinen Kaffee. Ja. Also das würde mich für mich geschmacklich überhaupt nichts verbessern. Ach, das ist doch... An dem Geschmack vom Grünen Tee, ich mag ihn zwar noch nicht, aber ich habe mich so weit dran gewöhnt, dass es okay ist. Also ein wirklich reiner grüner Tee. Ja, genau. Du musst dann immer variieren zwischen verschiedenen Früchten. Ich habe ja, nee, ich habe ja... In meinem Laienwissen habe ich versucht, mich zu informieren und da war irgendwie der grüne Tee erschien mir am gesündesten. Der hatte ja eine angeblich detoxische oder so. Ja, was der alles angeblich kann, da war ich so begeistert von, dass ich jeden Moment damit rechne, gewisse Superkräfte zu erlangen, wozu ich die Fähigkeit, Laser aus meinen Augen zu schießen, auf jeden Fall dazu zähle. Also für mich ergibt sich das einfach aus der Datenlage. Grüne Laser. Grüne Laser, genau. Werde hier nicht kindisch gegenüber einem Grimme-Preisträger. Du bringst uns voll in die Ruf. Ich übrigens, ich weiß nicht, ob wir das Thema Frauen ansprechen, aber Männer haben wir schon angesprochen. Ich bin Überlebender der Männergrippe. Habt ihr von der Männergrippe schon was gehört? Ist das dieser Erkältungszustand, den Männer für so eine Todkrankheit halten? Also man hat da wissenschaftlich herausgefunden, Männer, die können halt nichts mehr, wenn sie erkältet sind und Frauen, die gehen auch einkaufen, machen die Kinder und den Haushalt und die haben geschlussfolgert, dass es halt die Frauen immun sind gegen diese schwere Art von, und die habe ich überlebt und ich bin zugeneigt dem Gender-Standpunkt, also da bin ich Befürworter in vielen Fragen, aber bei der Männergrippe lasse ich nicht mit mit diskutieren. Das würde eine Frau nicht erleben, überleben meine ich, überleben. Ich habe es durch. Das ist quasi das Äquivalent zur Geburt. Genau, wollte ich gerade sagen. Genau, du hast, das ist es nur die, genau das ist es, genau das ist es. Und es gab ja früher eine ganz hohe Frauensterblichkeit bei der Geburt und dass wir Männer nicht an Männergrippe sterben, das liegt halt nur daran, weil wir Männer sind. Und an der guten medizinischen Versorgung. So, das wollte ich nur nochmal erwähnen, darum ist meine Stimme auch etwas belegt. Aber glücklicherweise ist es ja so, dass nicht alle Männer, die Männergrippe kriegen, genauso wenig wie alle Frauen schwanger werden. Ja, also ich habe sie gehabt. Ich habe sie geguckt. Guckt einfach mal unter die minus Männergrippe. Was natürlich problematisch wird, weil dann fällt ja Männergrippe genauso wie Schwangerschaft als Geschlechtsberg mal raus, weil dann einfach viele Menschen geschlechtslos durch die Gegend Land einmüssten. Hä? Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Naja. Ja, wenn halt Frauen die sind, die schwanger werden und Männer die sind, die die Männergrippe kriegen, dann gibt es die Leute, die weder schwanger werden noch die Männergrippe kriegen, irgendwas anderes. Okay. Ja. Okay. Ja. Ich wollte euch nur, ihr habt ja jetzt Kaffee, ne? Ich schon. Ich auch. Und ich wollte damit daran am Kaffee in Not demonstrieren, dass wir nicht die Guten sind in dieser Welt, weil wir… Ich habe Tee. Wir, ja, du bist der einzige Gute, weil wir, weil wir haben den Kaffee in der Hand und reden über ertrinkende Menschen, die deshalb ertrinken, weil die aus Gebieten flüchten, die wir ausbeuten mit Billiglöhnen und so ein Kaffeebauer kriegt drei Dollar pro Tag. Ich weiß nicht, ob die aus den Kaffeegebieten kommen, aber symbolisch. Und wir trinken hier und diskutieren über die Flüchtlinge. Also das ist für mich, war sehr erhellend, dass wir nicht die Guten sind, weil ihr kennt ja beide Games of Thrones. Heißt das Games of Throne oder Game of Thrones? Thrones. Game of Thrones, ne? Und da gibt es ja auch nicht so richtig Gute. Dass dort einer gut ist, liegt nur daran, weil es dort nur welche gibt, die noch viel, viel böser sind. Und so sehe ich uns, also so als Westizivilisation, auch als Antifaschisten. Aber apropos Game of Thrones, da hat ein von mir sehr verehrter Ökonom, der noch nicht den Nobelpreis gewonnen hat. Nämlich der Thomas Settler-Czech aus Tschechien, der zwei wunderbare Bücher geschrieben hat. Die Ökonomie zwischen Gut und Böse oder von Gut und Böse. Und jetzt ein freudianisches Buch tatsächlich, die Ökonomie auf der Couch oder der Kapitalismus auf der Couch. Ich glaube Lilith und die Dämonen. Und der hatte kürzlich im Interview genau dieses Game of Thrones Beispiel anhand dieses Themas, was wir gerade sprechen. Nämlich, also wer Game of Thrones kennt, es gibt ja sozusagen diese Wildlinge. Es gibt diese Mauer. Und das, was dahinter ist. Und diese Wildlinge fliehen ja eigentlich vor etwas noch Böserem, noch Schlimmeren. Nämlich diese komischen Eismonster, toten Dinger und so weiter. Und da hat er tatsächlich so diese Analogie so ein bisschen erklärt, dass das so ein bisschen diese Situation jetzt so gefühlt ist. Also wie genau das jetzt war, weiß ich nicht. Aber das fand ich so ein bisschen recht passend. Ja, wobei das ein zentrales Moment ausblendet, dass im Prinzip dann nämlich die auf der schönen Seite der Mauer, also dann für die Fans von Westeros in den sieben Königreichen, die ja die weißen Wanderer mitverursacht hätten müssen, weil das ja ein ganz zentrales Moment ist, dieser Flüchtlingskrise, dass die Krisen halt durch die Länder, in die sie fliehen, halt mitverursacht sind. Moment. Okay, Moment, das ist ein normatives Ding, wo du sagst, das macht uns in unserer Welt umso schuldiger. Aber auch wenn du es nicht verursachst. Nee, ich sag ja gar nicht, das ist, also das ist ja, Kannst du die Mauer doch nicht beschufen halten. Also das ist, ich glaube, dass die, also dass die Länder, in die geflüchtet wird, beziehungsweise das stimmt auch nicht, die meisten Flüchtlinge fliehen ja gar nicht nach Europa. Das ist ja auch so ein verzerrtes Bild, nach Europa selbst fliehen ja nur sehr viele. Alle kommen doch jetzt zu uns, die ganze Welt. Nach Europa selbst fliehen sehr wenige Menschen. Und dann ist ja, und in der Gruppe, die nach Europa fliehen, ist ja nochmal sehr viel kleiner, die auch wirklich nach Europa gelangen. Die meisten Menschen fliehen ja in, in, in die, in andere sogenannte Entwicklungsländer und werden da dann aufgenommen. Jedenfalls, also die Europa, also diese, wie man so sagt, so schön sagt, der globale Norden, dass der an diesen, dass der eine zentrale Rolle bei dem Entstehen dieser Krisen spielt, das ist, glaube ich, mittlerweile unstrittig. Wie man das, ob man sich deswegen jetzt schuldig fühlt, das ist ja jetzt, sage ich mal, das ist jetzt eine Sache der, der Moral, die man für sich in Anspruch nimmt. Und das ist ja, das hatten wir, glaube ich, auch dann bei unserem, als wir über Kritik gesprochen hatten, ich weiß nicht, ob das jetzt vor oder nach, doch, das steht ja schon online, das ist ja nur eine Beschreibung. Ja, da sind wir halt wieder bei so dieser... Ob es Kritik ist, hängt davon ab, ob die Beschreibung irgendjemanden in seiner Selbstbeschreibung halt verletzt. Ja, und da sind wir tatsächlich so bei der Frage, ist es die Struktur oder ist es das Individuum, was die Verantwortung trägt. Also ich kann ja sozusagen auch als Konsument, habe ich zwar die Wahlmöglichkeit, auch Fairtrade-Kaffee, wie auch immer das am Ende dann sinnvoll ist, aber es ist vielleicht eher ein sinnvollerer Schritt als den Billigkaffee, wo man dann genau weiß, dass die Menschen dafür ausgebeutet werden. Aber dennoch liegt dem Ganzen ja eine Struktur zugrunde, nämlich die Mechanik des Kapitalismus, der genau das verursacht, nämlich zu sagen, es gibt so etwas wie einen Preiswettkampf, der Billigste gewinnt am Ende. Und wir bedienen nicht nur die Bedürfnisse, die haben, sondern wir wecken auch noch Bedürfnisse bei Menschen durch Propaganda, Werbung etc. und kurbeln das an. Und da ist so die Frage, wer steht dann letztendlich in der Verantwortung? Sind es die Unternehmen, die sozusagen diese Strukturen implementieren und umsetzen? Und zum Teil sagen die ja dann auch wiederum, wir sind ja vom Markt dazu gezwungen, sonst würden wir ja gar nicht mehr da sein. Und tatsächlich ist dann so die Frage, was würde denn passieren, wenn Kaffee plötzlich doppelt so teuer wäre? Oder jetzt ganz aktuell Benzin? Also es ist abartig, wie billig Benzin im Moment ist. Also Kaffee wäre schlimmer, glaube ich, weil da wird die Volkswirtschaft eher lahmgelegt durch Kaffeeentzug. Ich glaube, dass die Leute sich eben davon nicht unbedingt abschrecken lassen. Das sieht man tatsächlich anhand von Rauchern. Also die Zahl der Raucher ist nicht signifikant deshalb zurückgegangen, weil Zigaretten immer teurer werden. Der Kaffee steht ja nur für irgendwas. Es würde ja Massen an Produkten betreffen, die wir konsumieren. Ja, ja, klar. Wenn wir wirklich fair sein würden. Ja, ja, aber klar. Aber dann ist tatsächlich so, der entscheidende Knackpunkt ist ja tatsächlich die Bereitschaft auf Verzicht. Und ich glaube, da… Aber das ist eben mein Punkt. Ich glaube, das klappt nicht über die Vernunft, sondern da muss es im limbischen System aufwürdig sein. Weil ich glaube, der Punkt ist, was da so irritierend dann ist, die Vernunft, wenn man so will. Also wo ist das vernünftige Ziel? Es wird ja auch immer über Rationalität und so weiter gesprochen. Also aber auch Rationalität, das ist ja im Prinzip nur ein anderes… Also Rationalhandeln ist ja eigentlich nur ein anderes Wort für vernünftig handeln. Ich glaube, so könnte er direkt eine Versetzung, aber jedenfalls Rational erzeugt keine Ziele. Rational werden… Also man kann einen Weg zu einem Ziel rational beschreiten. Das ist also, indem man sich halt vernunftgeleitet, wenn man halt sich Theorien macht, dann sich seine Umwelt in gewisser Art und Weise konstruiert über die Theorien und dann halt Abwägungen macht, wie das… Rationalität ist ein Werkzeug und kein Ziel. Genau. Und dann kann einen das auch gar nicht verwundern, wenn gesagt wird, rational lässt sich dieses Problem nicht lösen, weil es rational gesehen gar kein Problem ist. Problem, also weil das hängt davon ab, wie man sich selbst konstruiert, wie man die Welt, in der man lebt, konstruiert und so weiter, ob etwas als Problem erscheint oder nicht. Ja. Weil ich könnte ja jetzt ein Mensch sein, ich könnte ja jetzt ein Mensch sein, der gar nicht so diesen Menschbegriff teilt. Ich sehe mich nämlich als was anderes, als zu einer Gruppe gehören, die viel mehr wert ist als andere Menschen. Kann ich ja sein, so. Und dann, wenn irgendwo Leute sterben müssen, um meinen Lebensstandard zu gewährleisten, muss daraus ja für mich dann… Denn folgt für mich, wenn ich diese Konstruktion habe, dass ich sowieso mehr wert bin, dann folgt für mich daraus nicht, dass das ein Problem ist, dass diese Menschen dann für mich sterben. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch ein bisschen wieder zu einfach ist. Also ich bin eher so ein Freund der sogenannten Liminalität, so dieses Dazwischensein. Also ich glaube, nur mit Ratio wird es nicht gehen und nur mit Emotionen auch nicht, sondern wir brauchen so ein Zwischending. Und wenn es ja tatsächlich so einfach wäre, diese lineare Kette zu sagen, wenn ich jetzt Kaffee nicht mehr kaufe, dann wird alles gut, das ist ja auch nicht der Fall und es ist ja auch nicht so, dass jetzt zwangsläufig Menschen sterben, nur weil man einen Kaffee billig kauft, denen geht es halt dann irgendwie schlechter und so weiter. Aber dennoch gibt es ja auch genug Thesen, die eben sagen, dass gerade durch diesen Konsum zum Teil dann Lebensstandards auch sich weiterentwickeln und erhöhen. Also es ist ultra komplex, glaube ich. Und ich glaube auch, dass dieses Bewusstsein, was sich da gerade erst bildet, auch noch gar nicht so alt ist. Also seit wann wissen wir denn diese Zusammenhänge? Seit wann werden sie uns so tagtäglich um die Ohren gehauen? Das ist ja auch erst relativ neu und durch das Internet zum Teil katalysiert worden. Also ich nenne es immer, dass das Unsichtbare sichtbar machen. Das Internet macht unheimlich viel Unsichtbares sichtbar für ganz viele Menschen. Und dass erst jetzt diese Zusammenhänge und diese Dinge, die der Kapitalismus verursacht, dass zwar Marx und Co. schon immer gepredigt haben, aber jetzt erst für eine breite Bevölkerung in allen Lebensschichten überhaupt greifbar, spürbar und sichtbar wird. Und dass jetzt auch erst dann so dieser Anlass tatsächlich erfolgt, darüber nachzudenken, über das eigene Verhalten und wie man sich da einbringen kann, was man verändern kann. Also ich glaube, das ist da auch nicht in Stein gemeißelt, dass wir sagen, wir werden immer bequem bleiben und auf nichts verzichten, das glaube ich eben auch nicht. Es ist halt sehr anstrengend. Womit ich mit diesem, also ich glaube, du hast mich da missverstanden, womit ich mit diesem Beispiel auf hinaus wollte. Ich wollte nur damit sagen, dass es, dass es die Rationalität nicht vorschreibt, halt, dass ein guter Lebensstandard für alle Menschen erreicht werden muss, sondern dass das eben genau, eben halt dieser, dem Ganzen vorgelagert ist, also zu den Zielen gehört, die man dann... Also du kritisierst eigentlich Kant, dass man rein aus der Vernunft so handelt, dass es allen gut geht, weil die Vernunft von jedem erfordert, also wenn man nur vernünftig genug ist, wird die Welt zu einem guten Ort. Und Simmel, wir haben ja eine Folge auch über Georg Simmel gemacht, das ist ja nicht so. Also der, ich glaube, da verweist du drauf auf. Ja, zumal man muss ja sagen, dass er sagt, die Vernunft an sich braucht eine Begründung. Zumal man muss ja halt dazu sagen, halt zum Beispiel Kant, der war halt ein, der war halt relativ stark sexistisch, der war halt relativ stark rassistisch, so, also ihm hat seine Vernunft offensichtlich nicht in die Richtung geholfen. Da müssen wir an eine Soziopod-Folge erinnern, über die Aufklärung, wo ihr, glaube ich, zu dem Schluss kam, dass sie versagt hat, oder? Das kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, aber versagt ist, glaube ich, auch ein bisschen heftig. Aber das, aber das ist ja, aber das ist ja auch das, womit, weil ich, ich meine, wir sind jetzt wieder bei, bei unserer alten, wunderschönen, soziologischen Binsen, die sich, die jedes Mal wieder aufploppt, alles hängt mit allem zusammen. Das, das, wir wollten über, wir wollten irgendwie, nee, ich möchte, wir wollten überhetzen, Patrick hat mich doch was gefragt. Ob du diesen, diesen Kommentar, so, ja, mal Kommentar, und ich habe jetzt darüber nachgedacht, das ist gar nicht so leicht, das zu beantworten. Du hast ja jetzt an meinem, Argument, an meinem Kommentar kritisiert, dass es, oder demgegen gehalten, dass es nicht besser wird dadurch, sondern dass einfach der Fokus sich woanders hin verlagert. Und da würde ich sagen, ja, in der Beschreibung würde ich so bleiben, dass der Aufruhr von rechts gegen die Flüchtlinge zu der Positionierung der Linken geführt hat, die sich vorher nicht groß äußerten zu den Flüchtlingen in der Masse. Aber meine Hoffnung, dass das wirklich zu einer Verbesserung führt, dazu möchte ich jetzt noch gar nicht sagen, weil da, glaube ich, ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Was wir auf jeden Fall hatten, ist ja, dass eine Frau Merkel kommt und sagt, wir machen die Grenzen auf. So, das hätte man ja vielleicht nicht unbedingt gedacht. Ja, aber dazu muss man, dazu muss man sagen, dass die Reaktion, also dass das auch gleichzeitig enthielt, wir machen die Grenzen aus, aber auch gleichzeitig sehr stark forciert wurde, die Grenzen um Europa noch viel stärker abzuschotten. Ja, ja. Genau, also das ist immer so dieses Narrativ, was mich auch immer tierisch fuchsteufelswild macht, wenn das irgendwie in den Talkshows und so weiter, also dieses, anhand dieser, was war da letztens bei Anne Will, diese Beatrix von Storch, die irgendwie gesagt hat, Angela Merkel hätte den Magnet angeschaltet und die ganze Welt zu uns eingeladen. Das ist natürlich völliger, völliger Unsinn. Sie hat natürlich in einer Situation, die prekär humanitär war und man muss sich in dem Kontext nochmal bewusst machen, dass sie ein paar Monate davor extrem kritisiert wurde mit diesem Interview, mit diesem Mädchen, wo sie als Eiskönigin stilisiert wurde, das noch im Hinterkopf zu haben. und da war es eine Situation, wo Menschen, tausende Menschen auf der Autobahn umhergewandelt sind, weil das andere Land, in dem sie sich befunden haben, da auch unnachgiebig war, gesagt hat, wir müssen sie jetzt mal kurzzeitig aussetzen und auch dieses Dublin-Abkommen, was ja zutiefst umstritten ist, weil man natürlich damit auch nichts anderes gemacht hat, wie sich die Probleme zu verdrängen und die Probleme anderen europäischen Ländern zu überlassen. Das ist jetzt so ein bisschen so Payday auch und das kann ich gut nachvollziehen. Ich möchte nicht wie die Frau Storch verstanden werden. Nein, 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 das wollte ich auch gar nicht sozusagen als Behauptung in den Raum stellen, sondern einfach nur noch mal kritisch hinterfragen mit diesem, wir machen jetzt alle Grenzen auf. Das war ja nur, dass etwas passiert, was man vielleicht so von jemandem nicht für möglich hält, gehalten hat vorher vielleicht, wenn man hätte wetten müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie ich deine Frage beantworten kann, ob ich jetzt, wenn ich wetten müsste, ob das zum Guten, in dem, wie wir es jetzt, nehme ich mal an, alle drei verstehen, sich dadurch verändert, dass es diese Aufruhr gibt. Was ich, wo ich allerdings bei bleiben würde, ist schon, dass diese Aufruhr zu einer ganz starken Positionierung führt, die Möglichkeiten ergibt, etwas zu verändern, wo sich bisher ohne Aufruhr nie was geändert hat. Da muss man ja fragen, wenn sich ohne dieses olympische Chaos nichts geändert hat. Ja, aber ganz ehrlich, in den 90er Jahren hatten wir eine ähnliche Situation, auch mit Flüchtlingen, da gab es noch kein Internet, und trotzdem war die Empörung und Erregung so groß, dass genauso viele Flüchtlingsheime gebrannt haben, Leute zu Tore gekommen sind, es aber auch auf der anderen Seite wiederum Solidarität und Lichterketten und Pipapo gab. Aber was war dann sozusagen die politische Konsequenz daraus? War Verschärfung des Asylgesetzes, die Veränderung des Grundgesetzes, also an die Substanz unserer Grundwerte ranzugehen, das war dann diese Lösung, die sich daher dann von alleine gelöst hat, weil dann irgendwann der Krieg im Kosovo beigelegt war und die Leute tatsächlich dann auch wieder zurückgehen konnten. Aber dann hat jeder sozusagen daraus geschlossen, das war jetzt die große Lösung, diese Verschärfung der Asylgesetze. Und Ähnliches passiert ja jetzt auch, zumindest die Forderung. Und die Einzige, die tatsächlich da so ein bisschen dagegen hält, ist Angela Merkel, die sagt, Grundgesetz ist A tabu für sie. Sympathie finde ich als, ich habe es heute mal formuliert, als Verfassungspatriot, das ist ein Begriff auch von Jürgen Habermas, der den mal geprägt hat. Das erste Mal jetzt, den kannte ich nicht, den Begriff, und das erste Mal, dass ich Sympathie für den Begriff finde. Genau, das ist der einzige Begriff, wo Patriot drinsteckt, den ich akzeptieren kann und sogar anheften kann. Weil das bringt es eigentlich auf den Kern, weil ich tatsächlich, unsere Verfassung, weil sie sehr nah ist an den allgemeinen Menschenrechten, dafür stehe ich ein, letztendlich. Das ist mein Wertegerüst. Und auch das muss man einfach nochmal ganz klar sehen. Es gibt nicht die Wahrheit und die, also das ist ja fast dann auch schon so ein bisschen Religion und das gebe ich dann auch zu. Also es hat natürlich auch Schwächen, das zu machen, weil dann viele sagen, ja, wie kann man denn das Grundgesetz so daran festhalten, wenn es uns allen dann schlechter geht. Also muss es ja auch gewisse religiöse, unvernünftige Züge haben, um daran festzuhalten. Aber das ist was, woran ich mich festhalten kann, wo ich auch zum Teil irrational noch daran festhalten möchte, weil es mich einfach so überzeugt, dass ich dafür auch einstehen würde letztendlich. Ich möchte jetzt an dem Punkt mal kurz versuchen, das so ein bisschen oder einige Punkte aufzugreifen und versuchen, eine theoretische Fassung zu bringen. Was mir ja am Anfang schon zugewiesen wurde, diese Rolle. Das ist gut. Ich kann diese Rolle auch in Soziopot nie ausfüllen. Und ich hatte Männer. und zwar möchte ich, möchte ich, möchte ich bei unserem Ursprungspunkt irgendwie, ich muss mir jetzt erstmal irgendwas, keine Ahnung, einen archimedischen Punkt erstmal suchen. Ich fange erstmal bei unserem Ursprung. Wir hatten ja mal über Hetze im Netz geredet. Ja. Und das Verhältnis von diesen Netzdebatten und den traditionellen Massenmedien. Und ich denke, dass es da tatsächlich dieses Verhältnis gibt, dass diese Netzdebatten geführt werden, wie sie halt geführt werden, aus welchen Gründen auch immer. Und dass diese Übertragung schon durch die strukturelle Kopplung an die Massenmedien, weil die Massenmedien nehmen diese Debatten auf, die ja denn zu gesellschaftlichen Debatten erklärt werden. Weil die Massenmedien ja auch gar keinen Zugriff darauf haben, was an irgendwelchen, irgendwelchen, keine Ahnung, Stammtischen in Vereinen oder in den Mittagspausen bei der Arbeit und so weiter geredet wird. Das sind ja so die Orte, wo normalerweise halt so der Austausch stattfindet. Das sind ja öffentlich nicht zugängliche Orte beziehungsweise nicht für die Massenmedien. Naja, das ist aber so ein bisschen zu systemtheoretisch, weil natürlich die Systemteilnehmer der Massenmedien auch wiederum verortet sind in Vereinen und so weiter. Also die sind ja nicht hermetisch abgeriegelt von den anderen Systemen. Also irgendwie muss es ja vorher schon auch funktioniert haben, dass Stammtischgespräche in die Massenmedien hineingekommen sind. Wo ich aber tatsächlich recht gebe, ist die Veränderung der Rolle eines Gatekeepers. Die ist wesentlich stärker, brüchiger geworden als in der Vergangenheit. Und das war ja auch schon, ich meine, dass Menschen aus den Massenmedien zwar nur gewisse Teile immer der Gesellschaft repräsentieren, weil ganz viele, also weil ganz viele Teile der Bevölkerung davon ausgeschlossen sind, da einen Beruf ergreifen zu dürfen, halt wenn sie aus Sprechenschichten kommen und so weiter. Aber auch das hat ja nicht dazu geführt, unbedingt, dass die Massenmedien einfach jedes Thema beliebig, sondern die Themenbildung in den traditionellen Massenmedien, die ist ja in gewisser Weise sehr gleichförmig. Also weil es auch immer, weil auch immer an das angeschlossen wird, an gewisse Formen angeschlossen werden. Wie du es auch aus dieser Studie zitiert hast, es wird oft an emotionale Formen angeschlossen, aber auch an so Vorstellungen von Relevanz und so weiter. Also es geht jetzt nicht darum, was wirklich relevant wäre und so weiter, sondern was als relevant gedacht wird, bezeichnet wird. Und das sind ja, das sind auch strenge Formen, die automatisch praktiziert werden, wenn sich in diesen Massenmedien, in diesen massenmedialen Kontexten bewegt wird. Weil in dem Sinne halt so, wo es wirklich nur diese, nur die traditionellen Massenmedien gab, wo das halt so dieser, sag ich mal, diese Reichweite schon ziemlich, also die Kanäle mit so einer Reichweite schon ziemlich eingeschränkt waren, da hat ja auch Massenmedien, da haben ja Massenmedien immer auf Massenmedien geantwortet. Also man konnte denen zwar einen Leserbrief schreiben, aber das war ja was anderes, als wenn eine Nachricht kam und dann hat eine andere Sendung das aufgenommen und darauf dann weitergebaut. Und dann so bilden sich ja diese Massenmedialen, naja, Kommunikationsabfolgen. Naja, aber jetzt steht ja vor allen Dingen, also jetzt steht vor allen Dingen was Verwertbares da, weil diese Debatten, die da geführt werden, die sind ja, die sind ja, wenn man so will, die sind ja zeitlich, sind die ja, sind die ja fest. So, die kann ich ja auch noch, nachdem sie geführt wurden, kann ich sie abrufen. Das ermöglicht einen Zugriff auf eine, auf etwas, was man als gesellschaftliche Debatte verstehen will. Und dann kommt was mit dem traditionellen Massenmedien ins Spiel, was diese Netzmedien nicht haben. Und zwar können die traditionellen Massenmedien, das denke ich, immer noch, sind die einzigen, die so etwas wie die Hintergrundrealität erzeugen können, weil Nachrichten oder generell Themen, die durch die Massenmedien aufgegriffen werden, wie meisten gilt, die sind danach bekannt. Darauf wird sich bezogen. Also es gibt, sie erstellen mehr oder weniger einen Pool von Themen, die als bekannt gelten können. Es gibt natürlich dann nochmal, es lässt sich nochmal ausdifferenzieren, weil es gibt ja auch Massenmedien für ganz spezielle Gruppen, wie irgendwelche Wissenschaftsmagazine oder Automagazine oder sonst irgendwas, aber da wird Bekanntheit erzeugt. Also etwas, wo ich auch mit Menschen, mit denen ich nicht direkt was zu tun habe, kann ich diese Themen als bekannt voraussetzen. Und deswegen wird dann auch aus pragmatischen Gründen sich darüber ausgetauscht, unterhalten. Zumal es denn ja auch irgendwann als auch außerhalb der Massenmedien als relevant erscheint. Und das repräsentiert nochmal, und also dieses Verhältnis, dass das etwas, was sowieso als gesellschaftlich relevant erscheint, kann denn abgebildet werden und wird dadurch, du kriegst dann nochmal einen zusätzlichen Drall und wird nochmal stärker, also wird in seiner, in seinem Ausmaße nochmal aufgeblasen, wenn man so will. Ist jetzt vielleicht, also muss, das soll jetzt gar nicht wertend sein, das soll jetzt einfach nur versuchender Beschreibung sein. Und ich denke an gewissen, also und komplex wird es dann vor allen Dingen an dem Punkt, weil wir haben ja auch gerade über dieses, wie hattet ihr jetzt genau, neurologische Feuerwerk, halt limbisches Chaos, also halt diese ganzen starken Emotionen, die dann halt jetzt in dem Kontext wahrscheinlich besonders Angst, Wut und Hass sind, dass die, dass an die besonders gut angeschlossen werden kann, beantwortet ja noch nicht die Frage, was Angst, Hass und Wut auslöst. Weil das zeigt zum einen, dass natürlich diese Nachrichten an irgendwelche, an gewisse Gegebenheiten der, der Psyche gekoppelt sind, die psychischen Systeme jetzt im Fachsprech, so systemtheoretisch im Fachsprech, dass die da natürlich dran gekoppelt sind, aber auch die psychischen Systeme halt in ihrem Vorlauf erstmal an soziale Systeme gekoppelt sind, also das, wofür, worauf, wovor sie Angst haben, wo sie wütend werden, wogegen sie Hass empfinden, das entsteht halt nicht aus, aus einer Person, irgendwie aus, ja, was weiß ich, Grundkonstitutionen, sondern das muss auch erstmal, das wird erstmal in sozialen Systemen gebildet und entwickelt sich da. Und das wirkt dann auf die, und das, die wiederum empfinden dann halt mit einer Wahrscheinlichkeit bei gewinnten Themen in gewissen Gruppen irgendwelche Emotionen und das wirkt dann wieder zurück auf, auf, auf andere, auf andere, wie zum Beispiel massenmediale Kontexte. Ja, und, und dann ist natürlich die Frage, weil, das hatte, das hatte ich mich gefragt, jetzt bei diesem Ganzen, also, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, um, um, um zu beurteilen, woran, also um die Struktur zu beurteilen, warum diese Ereignisse so, denn, breit gesellschaftlich aufgenommen werden, wie sie aufgenommen werden. Denn jetzt Paris war ein, war ein großes Ereignis, na, also die, die Anschläge von Paris jetzt, die, die letzten, das war ein großes Ereignis, das, was in, in Köln, Silvesternacht, äh, vor sich ging, um den Hauptbahnhof herum, war ein großes Ereignis, ähm, während, ganz ähnliche Ereignisse, nicht diese Form von, von, schon fast, ähm, hysterischer Aufmerksamkeit erfahren hat, wie zum Beispiel, ähm, seiner Zeit, äh, in, wo war das? Das war das, das war in Schweden, äh, hier mit, äh, mit dem Breivik, wo der auf der Insel mal kurz, äh, halt, einige Jugendliche erschossen hat, oder auch NSU und so weiter, rechte Gewalt im Allgemeinen, ist, weil wir können, sich fragen, halt so dieses, das könnte man ja auch zu einem Komplex zählen, Breivik, NSU und die, ähm, die halt so die, der, der hohe Pegel an, an rechten Gewalttaten, der halt, hoppale, jetzt hab ich grad mein Mikrofon gehauen, äh, ich gestikulier trotz meines Mikrofons immer beim Reden, das ist gefährlich, ähm, das brauch ich, ja, ähm, die, äh, das ist ja auch, das könnte man ja auch als einen Komplex, also als einen Komplex verstehen, allerdings dieser Komplex hat nie zu dieser hysterischen Form, obwohl der von der Sache her gar nicht so, so viel unterschiedlich ist, ne, also genau, und das wurde auch nie, die, also selbst bei NSU hat man sich lange schwer getan, das richtig als Terror zu bezeichnen, dann wurde es irgendwie doch, aber es hat auch nicht diese Wirkung entfaltet, obwohl das eine, der Witz ist, die Gefahr, äh, Opfer einer rechten Gewalttat zu werden, ist in Deutschland viel größer, als eine, zum Opfer einer, einer, einer Gewalttat durch den IS zu fallen, und trotzdem ist die, die Angst vor dem IS viel, viel präsenter, und das, das weist darauf hin, dass, dass da, ähm, Strukturen, beziehungsweise, dass da ganz basale Realitätskonstruktionen zugrunde liegen, die gewisse, die bei gewissen Vorgehenden halt, ähm, gewisse Emotionen auslösen, und dazu, denke ich, äh, zählt auf jeden Fall halt so ein, das, ähm, halt so in unseren kulturellen Bereich, halt, klar, Rassismus, Sexismus, ganz basale Mechanismen in unserer Realitäts, Realitätskonstruktionen sind, auf diesen zum Beispiel jetzt, halt, ganz viel von dem, was passiert, basiert, weil sonst kriegt man auch Probleme, das überhaupt noch, ähm, verstehen zu können. Ja, da vielleicht mal eingehakt, also gerade, nehmen wir mal, Breivik als, Beispiel, was da anders war, ich glaube, bei Breivik war das andere, dass da nichts mehr, unmittelbar, folgt, also, das war so, der irre Einzeltäter, wie das so dann stilisiert wurde, zumindest, und am Ende gedeutet wurde, das, der Typ war einfach irre, und das passiert halt irgendwie, damit konnte man sich noch irgendwie abfinden, und da war man einigermaßen beruhigt, er hat sich zwar diese Ideologie irgendwie aus dem Internet zusammengeklickt, aber dahinter stand jetzt keine Organisation mit einer, Masse von Menschen, wie es jetzt zum Beispiel beim, beim IS einfach der Fall ist. Das ist jetzt aber beim NSU ja zum Beispiel ganz anders gelagert. Ja, NSU, da würde ich jetzt Folgendes sagen, die Taten, die, die NSU gemacht hat, zu dem Zeitpunkt wurden ja überhaupt nicht als Terror-Taten eingestuft, geschweige denn überhaupt, dass das irgendwie in Frage kam, das ist ja das Skandalöse in der Geschichte, sondern da ging man halt davon aus, und da gebe ich dir recht, da gibt es so gewisse grundsätzliche rassistische Tendenzen, wo man halt gesagt hat, naja, das waren halt die Dönermorde, also die, das war irgendwie im kleinen kriminellen Milieu, das ist ja klar, Wettbüros etc. pp., da ist das so halt, und da bin ich dann auch nicht Opfer, als breite deutsche, biodeutsche Bevölkerung kann ich da auch gar nicht groß Opfer von werden, weil ich bin weder in diesen Wettbüros, Zugang, noch habe ich irgendwie da irgendwie einen Zugang dazu. Was aber jetzt der Unterschied ist, der Elementare auch mit Paris ist, dass tatsächlich eine, eine breite Gesellschaft angegriffen wurde, und eine breite Gesellschaft, wo sich jeder in dieser Kultur, die da auch angegriffen wurde, wiederfindet, weil das hätte auch ich sein können. Ja, aber das ist ja, das basiert ja auf dieser, auf dieser Realitätskonstruktion. Ja, absolut. Also, es wird eine Gruppe imaginiert, zu der ich mich zähle, aber zu dem NSU, das fand ich so faszinierend, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, sonst, ich kann mal gucken, dann kann man es vielleicht auch verlinken, es gab eine Podiumsdiskussion, der Titel war irgendwie, gehört Rassismus zu Deutschland oder so, jedenfalls war das eine Diskussionsrunde, an dem, ich meine, er heißt mit Vornamen Mehmet, Daimah Güler, welcher ein Anwalt ist, der Angehörige, der Opfer des NSU vertritt und als, in seiner Rolle als Anwalt, dieser, der Menschen, hatte er ja Akteneinsicht und in dieser Podiumsdiskussion hat er von seiner Akteneinsicht berichtet und auch dann von den Ermittlungsakten. René kann ja auch das, die Podiumsdiskussion steht bei YouTube, deswegen kann ich sie dann auch verlinken. Stand denn drin, wie diese Ermittlung irgendwie gelaufen ist. Da ist dann irgendwo, ich glaube, irgendwo im Osten Deutschlands, ich weiß jetzt nicht genau wo, aber jedenfalls in Osten Deutschlands, meine ich war es, ist dann halt auch einer umgebracht worden und die Polizei ist dann gekommen und hat ermittelt, weil Mord passiert ist. Ja, allerdings halt an verschiedensten Stereotypen wurde halt diese Ermittlung geführt, bis dann irgendwann, wurde dieser Fall dem FBI zugeschickt. Halt so, weil die haben ja auch Profiler und alle. Genau. Vorher wurde selbst ein Profiling auch gemacht, also weil, weil es war ja am dem Zeitpunkt, war gewusst, dass er Teil des organisierten Verbrechens war, das Opfer. Und der wurde, genau, der wurde halt, der wurde irgendwie bei seinem Haus erschossen und das halt, das wäre für vorgesehen, das wäre eigentlich eine ziemlich dumme Tat gewesen, ne, also, ähm, weil halt das so öffentlich und so weiter, da müssen also emotionale Gründe eine starke Rolle gespielt haben und das weiß ich noch, das hat er gesagt, standen wörtlich irgendwie drinnen, dass er wohl den Häuptling dieses, des, des, des Clans vielleicht in seiner Ehre verletzt haben muss, dass, um, um so eine, um so eine rationale, heftige Reaktion zu provozieren, weil normalerweise macht es ja nicht für das organisierte Verbrechen nicht groß Sinn, wegen irgendwelchen Sachen Leute umzuprägen, da gibt es ja Ermittlungen und so weiter, man kann ja auch anders disziplinieren, da muss man nicht Leute die ganze Zeit töten, naja, und dann hat man geguckt, ja, und wo es so einen R-Begriff gibt, ja, das gibt es, so im Bereich, äh, Südosteuropa, aus diesem Bereich, da müssen die, wo kommen die Täter, weil da gibt es so einen R-Begriff, ähm, genau, dass Deutsch das nicht gewesen sein konnten, das lag daran, weil die Tötung eines Menschen im deutschen Kulturraum ein unheimliches Tabu darstellt, gegen das nicht so leicht verstoßen wird, und das ist der, also, also der Grund, warum Deutsche kein, warum diese Verbrechen nicht von Deutschen passieren konnten, war, weil Deutsche keine Menschen töten, dann hat man das Ganze, naja, jedenfalls, naja, jetzt musst du aber langsam auf den Punkt kommen, das ist, ich erzähl doch nur die Sache nach, jedenfalls, jedenfalls, das wurde dann zum FBI geschickt, die haben dann auch nochmal geprofilt, anstatt 50 Seiten haben die nur vier Seiten geschrieben, haben gesagt, haben geschrieben, naja, alle Opfer, die waren irgendwie türkischer Abstammung, außer einer, der war Griecher, aber der konnte türkisch, so, das Täter werden Leute sein, die Türken hassen, das war ein Gedankengang, auf den, die Ermittler nie gekommen sind. Die Frage ist, ob das jetzt stellvertretend für alle polizeilichen Ermittlungen ist oder ob das nur ein, ein, ein ziemlich starkes Versagen vom Profilern ist. Beziehungsweise, ich meine, darin treten ja ganz viele, ähm, grundsätzliche, äh, Realitätskonstruktionen zutage. Also, das ist ja keine, keine, keine Schlampigkeit, wo man Beweise nicht ausgewertet hat, sondern das ist eine Gewichtung. Es gibt halt Muster, die, die halt dann zu gewissen Schlüssen und gewissen Reaktionen führen und das, denke ich, sind halt auch Sachen, die bei dieser, auch jetzt gerade, wo es um die, äh, Debatte um die geflüchteten Menschen geht, halt auch wieder, dass halt die Taten, wenn es da um, um Menschen geht, die man halt dem, die, wo man, äh, die dem IS zugeschrieben werden oder wo gesagt wird, das sind geflüchtete Menschen, ähm, dass das denn in diese Strukturen fällt und dann deswegen eine, eine, ähnliche Taten, ganz andere Reaktionen provozieren aufgrund der, der, der Konstruktion, die sie umgeben, die die Realität bestimmen. Äh, vielleicht muss man dazu sagen, ähm, ich rede jetzt schon ziemlich lange, ne? Oh ja. Aber ich höre noch zu. Ich schneide das ein bisschen raus. Ich, ich, oder ich spule die schnell ab. Das geht auch. Das Problem ist ja immer, wenn man viel redet, dann bietet man ja immer mehr Platz, auch irgendwann Scheiße zu erzählen. Also ich glaube tatsächlich, also es würde schon attestieren, dass es sowas gibt wie einen, einen strukturellen Rassismus. Das ist ja das, was, was dieser Anwalt auch, ähm, der Polizei sozusagen vorgeworfen hat oder attestiert hat. Ähm, und tatsächlich glaube ich auch, dass dieser strukturelle Rassismus auch, um in Worten der Systemtheorie zu sprechen, autopoetisch ist. Also es erhält sich so ein Stück weit auch selber am Laufen. Das heißt also, zum einen, es gibt, ähm, Kriminelle mit Migrationshintergrund. Ja, das gibt's. Und man muss halt dazu sehen, dass Polizisten sich ausschließlich in dieser Kriminalitätsblase bewegen. Also jeder Polizeieinsatz ist ja immer eine Ausnahmesituation für die. Und damit wird Ausnahmesituation für sie zur Normalität. Und natürlich ist aber auch dann die Frage, wenn ich mit einem gewissen strukturellen Rassismus und einer, einer, äh, rassistisch gefärbten Wirklichkeitskonstruktion reingehe, dann fange ich ja auch an zu selektieren. Also meine Wahrnehmung selektiert. Dann ist vielleicht der deutsche Kriminelle der, der tragische Einzelfall, der Verlierer, oder es war Alkohol im Spiel und so weiter. Und, und bei den anderen, die ich vielleicht in gleicher Menge, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung, erlebe, dann wird es gleich ganz anders selektiert und gedeutet. Dann wird es eher auf kulturelle Hintergründe festgemacht. Die sind ja alle so und so weiter. Dann wird pauschalisiert. Und so verfestigt, glaube ich, sich auch, auch dieser strukturelle Rassismus, weil er auch nicht hinterfragt werden kann, weil, und da komme, komme ich jetzt zu einem Knackpunkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, weil natürlich der Begriff Rassismus so eine, eine derartige, Reaktion auslöst, weil niemand will Rassist sein. Ja, das ist, glaube ich, ganz zentral. Rassisten. Und das Problem ist, dass wir aber Wertungen vornehmen, dass wir sagen, du bist Rassist, anstatt zu sagen, die Aussage, die du jetzt getroffen hast, die Handlung, die du in diesem Moment gemacht hast, ist eine rassistische Handlung. Und das heißt aber nicht, dass du als Person für immer und ewig Rassist bist, sondern dass du eigentlich mal darüber reflektieren kannst und hinterfragen kannst, diese Haltung und diese Ansicht und diese Handlung, die du jetzt gemacht hast, dass die vielleicht rassistisch sein könnte. Und ich würde auch von mir sagen, ich habe rassistische Gedanken. Ich glaube, die hat fast jeder Mensch, und das meine ich ja mit diesen Xenophoben, dass das so tief in uns verankert ist, dass wir auch unser Gehirn einfach nach äußerlichen Merkmalen einordnen muss und Zuschreibungen macht. Aber das Entscheidende ist, dass wir da ausbrechen. Und zwar so ausbrechen und auch Menschen die Möglichkeit geben, da auszubrechen. Und das kann nur dann erfolgen, wenn ich Menschen nicht per se verurteile und stilisieren als Rassisten, sondern versuche, über einzelne Handlungsaspekte, einzelne Dinger zu sprechen. Die Frage ist dann halt nur, ob man damit dann gesellschaftliche Folgen, Verhindern kann. Vielleicht jetzt dann auch noch mal Ehekdoten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass Rassismus, also ich halte ihn sogar für ziemlich zentral, dass Rassismus trotz seiner unglaublichen Verbreitung, weil er zur strukturellen Grundkonstruktion gehört, unheimlich negativ besetzt ist. Und da müsste man halt erst mal fragen, was ist Rassismus? Ich würde jetzt mal eine Definition versuchen. Also Rassismus muss nämlich meiner Ansicht nach nicht zwangsläufig in eine Diskriminierung führen, weil Rassismus erst mal ein Prinzip der Wirklichkeitskonstruktion ist. Und zwar, das besagt, es gibt sowas wie Rassen, ein Begriff, der zum Beispiel in der Biologie, glaube ich, gar nicht vorkommt, aber dass es bei Menschen Rassen gibt und dass diese Unterscheidung einen Unterschied macht. Damit ist ja noch nicht gesagt, dass verschiedene Rassen weniger wert wären, das ist einfach nur eine grundlegende Konstruktion, wie man die Welt wahrnimmt. Dass diese, wenn man diese Unterschiede macht, die können natürlich schnell, wenn es ein existierender Unterschied, kann natürlich dann schnell instrumentalisiert werden, als wenn man jetzt, sage ich mal, man könnte ja nach Haarfarbe, könnte man ja aufteilen. Ich könnte ja jetzt mich auf die Straße stellen und sagen, ja, alle mit. Also da würde ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, zu wirklich Rassismus gehört schon noch mal die Wertunterscheidung. Also da geht es nicht nur um äußerliche Merkmale, sondern dann auch unmittelbar gekoppelt an einer Bewertung, dass Menschen mit schwarzer Haarfarbe dümmer sind als Menschen mit blonder Haarfarbe, beziehungsweise ja umgekehrt, die Blondinenwitze, wir kennen das, das ist ja auch eine rassistische, das ist eine rassistische Aussage letztendlich, auch wenn sie witzig gemeint ist. Aber das beschreibt ganz gut die... Ja, das sind rassistische Aufmerkungen oft, dass sie denn als Witz da ja kommen. Aber ist das nicht eher sexistisch? Nee, Blondinenwitze ist beides sozusagen, weil ich brauche ja das weibliche Geschlecht. Ja, das ist so eine Verschmelzung. Aber ich brauche das äußerliche Merkmal der Haarfarbe. Also da wird ja beides zusammen. Und Sexismus ist ja auch im Grunde eine Form des Rassismus, wenn man so will. Also so fasse ich den Begriff, dass man sagt, ich schließe von körperlichen Merkmalen auf andere Eigenschaften des Menschen und ich bewerte sie noch unterschiedlich. Wobei, wobei das, also da würde ich halt widersprechen, dass ich nämlich, also dass diese verschiedenen, auch zum Beispiel jetzt Sexismus und so weiter, das wurde damals, und deswegen finde ich diesen Begriff auch so gut, in der gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gefasst, weil Rassismus und, und keine Ahnung, Sexismus und Homophobie und so weiter sehr unterschiedlich verteilt sind, auch in der Stärke ihrer Ausprägung. Und ich würde halt sagen, weil man kann auch, man kann sich auch fragen, wieso jetzt zum Beispiel im Rahmen von Pegida ganz viele, weil diese Angst vor dem Fremden, die ja auch ganz stark auf rassistischen Grundkonstruktionen basiert, also weil das Fremde ist ja nicht, ist ja nicht per se fremd, das muss erst mal konstruiert werden, weil es gibt Menschen, die wir nicht kennen, die sind uns fremd, aber es gibt Menschen, die wir nicht kennen, die sind nicht Fremde, also weil, weil eine Gruppe konstruiert ist und so weiter. Also in dem Zusammenhang ist es ja eher ein Kulturrassismus, ein Kulturrassismus. Also auch da hat ja Adorno schon sehr früh darauf hingewiesen, dass man diesen Schritt nicht begehen sollte und dass das im Grunde genommen der gleichen Kern hat. Und natürlich, wenn wir, wenn wir ganz viele, wenn wir jetzt diese Salafisten-Diskussionen haben, das ist ja genau das, also da haben sozusagen Menschen mit gleichem Hintergrund wandern in eine Kultur, die uns feindlich ist. Und da beginnt dann wiederum das andere. Also da löst sich das so ein bisschen vom Rassismus und geht rüber in diesen Kulturrassismus oder Kulturalismus. Sagt man Kulturalismus? Ich weiß, also dieser Rassismus oder Kulturalismus? Klassismus gibt es ja auch mittlerweile. Klassismus. Das ist ja das, was Jan Böhmermann vorgeworfen wurde, als er dieses Rap-Video gemacht hat, und dass er sich über untere Klassen lustig gemacht hat. Ja. Klassismus. Also, ich finde ja die Begriffsunterscheidung schon wichtig, weil, wenn wir, also wenn wir den Rassismusbegriff nicht so verwenden, wie er halt, ich sage mal, im Duden steht oder wie er, wie er neutral ist, vorkommt. ja so, dann machen wir es den Leuten zu leicht, die wir dessen beschuldigen, fremdenfeindliches Verhalten abzuwehren, weil sie halt nachweisen können, dass sie dem Begriff nicht entsprechen. Aber, obwohl sie fremdenfeindliches Verhalten an den Tag legen, aber, das verstehe ich jetzt nicht. Na weil, na ja, Rassismus, er sagt ja, du hast biologische Unterschiede und aufgrund dessen nimmst du eine Wertung vor. Das heißt aber nicht, dass diese Wertung zwangsläufig dazu führen muss, sie tut es so, aber, jetzt bleiben wir in der Theorie, das heißt nicht, dass sie dazu führen muss, dass du gegen jemanden anders fremdenfeindlich vorgehst. Nimm mal als Beispiel Star Trek, nimm mal die, die sind ja Abbilder sozusagen unserer Welt, dort sind es natürlich unterschiedliche Rassen. Spezies. Nimm die. Das sind Spezies. Es gibt, biologisch gesehen gibt es keine Rassen. Inzwischen ja Spezies, aber, jetzt nimm mal die Vulkanier, die von sich ja überzeugt sind, zumindest von ihrer Kultur und so weiter, dass sie etwas absolut Höherwertiges sind. Die haben aber den Kodex, dass sie, sie tun es dann im Nebensatz immer, aber dass sie nicht anfangen, andere so abzuwerten, dass sie sie versklaven und so weiter. Das folgert nicht zwangsläufig aus dem Rassismusbegriff. Also das könnte aus einer Fremdenfeindlichkeit geschlussfolgert werden. Also ich glaube schon, dass jemand, der gewieft ist, den Rassismusbegriff für sich nicht, also den einfach ablehnen kann, weil er sagt, ich gehe ja nicht davon aus und das tue, ich habe doch letztens erst einen Artikel gelesen, wo, genau, da komme ich überhaupt erst drauf, wo jemand sagt, ich bin doch kein Rassist, ich will nur nicht, dass sie unsere Kultur unterwandern. So, das heißt, er hat den Rassismusbegriff auf den Kulturrassismus sozusagen überlagert und deshalb wäre ich dafür, dass man dann wirklich auch das so benennt, dass die sich da nicht rausreden können, indem sie das sozusagen auf eine Begriffs-, das Schlachtfeld auf dem Nebenschauplatz nämlich, Ja gut, aber rausreden können sich ja nicht, sobald ich diesen Begriff sehr weit fasse. Also das wäre ja sozusagen der Ansatz, wo ich sage, für, also mein Begriff, der ist ja nicht neutral, sondern jetzt mein Begriff von Rassismus wäre tatsächlich von äußeren Merkmalen auf unterschiedliche Wertigkeit zu schließen und das würde tatsächlich eine Oberkategorie aufmachen, wo dann nochmal differenzierbar ist zwischen Sexismus, Klassismus, Kulturrassismus und so weiter. Das wäre für mich alles sozusagen so ein bisschen inbegriffen. Mir geht es ja um die grundsätzliche Mechanik, ob man die jetzt Rassismus nennt, was ich auch schwierig finde, weil es den Begriff Rasse ja tatsächlich nicht gibt. Der ist ja auch nur ganz künstlich konstruiert. Gibt übrigens eine ganz nette Geschichte dazu, die mir immer wieder dazu einfällt und zwar in England zur Zeit der Industrialisierung hat man Rassen erfunden und zwar bei Leuten, die sozusagen in den Arbeiterschichten waren, die hat man dann geografisch eingeteilt in diesen Städten und hat die dann Rassen sozusagen konstruiert und erfunden, um Rassismus auszuleben. Also damit will ich einfach sagen, das ist eine sehr durchschaubare Wirklichkeitskonstruktion, die auch eigentlich sehr anfällig ist, um sie wiederum zu dekonstruieren. Aber worum es mir geht, ist tatsächlich dieses von außen auf das Innere zu schließen und gleichzeitig eine Abwertung und eine eigene Aufwertung vorzunehmen. Ja, aber wie wirst du dann diese Leute, wie wirst du, wie gehst du denen entgegen, die sagen, ich werte die doch nicht ab, sondern ich will bloß meine Kultur bewahren. Naja, das impliziert ja schon, dass seine Kultur besser ist als die Kultur des anderen. Nö, die sagen dann, die ist nicht besser, die ist bloß woanders besser ausgerufen. Aber das ist doch genau der Punkt, weil Rassismus, genauso wie diese anderen Konstruktionen, die dann unter dem, also die jetzt mit dem Konstrukt der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gefasst werden, die basieren da drauf, dass sie einfach erstmal von sich aus nur eine grundlegende Realitätskonstruktionen sind, in dem eine ein Unterschied gemacht wird. Also halt Rassismus behauptet erstmal nur, es gibt Rassen, es gibt etwas, das Rassen ist, was Rassen genannt wird, das gibt es wirklich und es gibt einen Unterschied dazwischen, weil sonst wird ja auch der Begriff keinen Sinn machen. Sonst wäre Rasse synonym mit Mensch, dann wären wir halt keine Menschen, dann wären wir alle Rassen, Rasse, Rass oder keine andere. Und das kann ich natürlich, die Merkmale, nach denen das konstruiert wird, die sind theoretisch ja beliebig, das kann man ja auch nach dem, man kann sich auch ein Geschlecht konstruieren und sagen, okay, es gibt so und so viel Geschlechter und das ist tatsächlich etwas, das ist ein Unterschied, der einen Unterschied macht oder nach anderen Sachen, nach, nach, Kultur, was eigentlich heißt, wo, in der Regel, wo man geboren ist, also sage ich mal, so ein geografisches Ding und so weiter, das muss ja noch nicht erstmal implizieren, dass man eine Ungleichwertigkeit vornimmt. Es gibt ja in der, ähm, halt so eine Rhetorik, die ja auch oft die, äh, die, die NPD führt, ist ja oft einfach nur, ähm, also weil, weil man diesen Rassenhass, der relativ stark geächtet ist, kommt das dann oft in der Form, ja, ja, die sollen ja, also jede, jede, die Kultur, ne, die sollen sich halt nur nicht vermischen, ne, die sollen alle in ihrem Bereich sein, ne, wir wollen die ja gar nicht, wir wollen die ja gar nicht runter machen oder so, ne, die sollen nur nicht hier sein, weil hier ist Deutschland und die sollen, wo auch immer sie herkommen, sollen sie hin so, ne, und da leben, das soll sich einfach nur nicht vermischen. Also das impliziert jetzt erstmal auch keine Ungleichwertigkeit, das sagt erstmal nur, ja, das ist so, das ist so. Ähm, wenn das eine grundlegende Konstruktion ist. ist denn außer, dass es irgendwie was verschlechtert, ähm, diese Mischung nicht zuzulassen, also für mich steckt da schon implizit die Unterstellung drin, dass das etwas Minderwertigeres ist als meine Zugehörigkeit. Deswegen fand ich, eigentlich finde ich diesen Begriff gruppenbezogene, was war das, Menschenfeindlichkeit, das ist für mich eigentlich fast der stimmigste Begriff in dem Kontext. Den, den suche ich eigentlich als Überbegriff für Rassismus. Bloß, also was ich damit sagen will, weil dann hast du dieses Formulium, das zum Beispiel Pegida, viele Menschen für, ähm, für, für rechte, ähm, für rechte Kontexte, also für diese Konstruktion des Rassismus und so weiter halt mobilisieren konnte, weil diese Konstruktionen latent sowieso vorhanden waren und aktiviert werden können unter bestimmten Umständen, zum Beispiel, wenn wenn irgendwie eine Gefahr oder wenn, wenn, wenn eine Gefahr konstruiert wird oder auch halt zum Beispiel durch ökonomischen Druck, wenn, äh, wenn ökonomisches Einkommen, wenn die ökonomische Existenz, ähm, gefährdet wird, dann lässt sich halt, dann lassen sich Gruppen aufgrund dieser, dieser Unterschiede schnell mobilisieren und erst wenn dies, wenn diese Gruppen unter Druck geraten, dann lässt sich besonders leicht halt eine Ungleichwertigkeit vornehmen, halt so in Form eines, eines Kampfes und so weiter. Ähm, ich glaube, das ist... Und meine, meine These ist, dass davor aber tatsächlich niemand auf dieser Welt letztendlich gefeit ist. Nein, absolut nicht. Unendlich viele Variationsspielarten gibt. Das ist von der böse Kapitalist, ja, nur weil jemand Banker ist oder einen Anzug trägt, ist er automatisch dazugehörig, minderwertig und so weiter. Ähm, sozusagen dieses, das steckt in uns allen drin. Wir können da fast ganz schwer ausbrechen, wir können es uns aber im ersten Schritt zumindest mal bewusst machen, dass es diese Wirklichkeitskonstruktionen gibt. Außer bei Wirtschaftswissenschaftlern, da bestehe ich auch. Ha, 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 die Nobelpreise bekommen wurden. Wobei, da gibt es ja auch gute, also der Krugmann wird ja eher zumindest vom linken Spektrum her als, ähm, Vertreter und, so, also, aber das ist ja genau der Punkt, also Menschen, die nicht unserem Wertebild entsprechen, sind Gegner im, im überspitzt formuliert. Da können wir jetzt schon anfangen, da müssen wir uns fragen, wer ist, wer ist denn uns, also wer sind wir? Ja. Ja, also das ist, das ist auch immer, das ist auch immer ein ganz zentraler Punkt, dass, dass, dass erstmal ein Wir konstruiert wird. Ja. Ähm, und dafür tatsächlich auch diese, na, also das Wir wird konstruiert und ob die Einzelperson jetzt sagt, wenn jetzt sagt, na, also, wenn jetzt dagegen gesagt wird, irgendwie Flüchtlinge kommen und wir Deutschen müssen deswegen bla 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 irgendwas, irgendeine Forderung, keine Ahnung. Lässt sich ja denken, so ein Fall. Oder würde ich jetzt zum Beispiel fragen, Ihr Wir, also, ich fühle mich jetzt, zu diesem Wir fühle ich mich nicht zugehörig, könnte ich ja sagen. So, wäre mir ja, könnte ich ja machen, ich könnte mich ja tatsächlich nicht als, als, als Deutscher fühlen. Das könnte ja sein, ob das jetzt tatsächlich so ist oder nicht, da kann ich ja alles Mögliche behaupten. Aber jetzt, denkbar wäre es ja. Dann ist es aber völlig unabhängig davon, ob ich dem zustimme oder nicht, ich bin dabei. Im Wir. Im Wir. Na, weil, weil ich also formal in das Wir mit reinkonstruiert wäre und dass ich das gar nicht möchte und dass ich das auch tatsächlich ablehne. Na, also, jetzt gedacht, kann ich, dann, das spielt keine Rolle dafür. Gerade, gerade dann laufe ich noch eigentlich noch eine viel höhere Gefahr, weil dann kommt ja dieses Konstrukt des Verräters ganz stark rein. Es gibt eine, so eine Diskursanalyse, das gesagt wird, der ganze Diskurs überhaupt über Flüchtlinge geht von einer Ethik aus, die darauf beruht, dass ein Mensch dort, wo er geboren wird, auch hingehört. Und diese Ethik ist ja quasi durch nichts zu legitimieren. Das ist einfach ein Axiom, ein ethisches Axiom, auf dessen Grundlage ganz viele Positionen auch eingenommen werden. Warum gehört denn jemand, der in Syrien lebt, oder sagen wir, warum ist jemand, der in einem quasi sogenannten Wirtschaftsflüchtling ist, warum gehört er denn in sein Land und nicht in unseres? Also da muss man ja schon tief in die Trickkistik reingreifen, um da irgendwas wie ein globales, also einen globalen Wohlstand draus konstruieren zu können. Ja, aber selbst da tauchen ja Widersprüche. Ich zitiere mich jetzt mal selber, weil das ein Tweet war von mir, was irgendwie in die Twitter-Perlen und am meisten jemals von meinen Tweets zirkuliert ist. Sie sind ganz stolz. Ganz stolz. Zu Recht. Wo ich gesagt habe, Deutsche, die im Ausland neue Existenz aufbauen, sind Abenteurer auf VOX und Menschen, die das bei uns tun, nennt man Wirtschaftsflüchtlinge. Das war noch lange vor dieser ganzen Eskalation, die wir hatten. Aber das zeigt es für mich eben deutlich, dass man gleichzeitig widersprüchliche Handlungen vertreten kann. Nämlich zu sagen, die da drüben, die sollen bitte da bleiben. Aber wir haben die absolute Freiheit, uns dahin zu bewegen, wo wir Spaß haben. Und wir werden dann uns da noch als Abenteurer feiern. Und das ist die große Widersprüchlichkeit, die einfach in der Gesellschaft zum Teil zumindest stattfindet. Also die Kolonialisierungsidee, also diese Überbleibsel aus unserem Kolonialisierungszeitalter, dass wir irgendwo hin dürfen. Genau. Aber ich glaube, dass tatsächlich wir sehr geprägt sind von Narrativen, also von Erzählsträngen. Und da sind wir durchgehend durch Erziehung und so weiter sozialisiert. Und dass tatsächlich noch diese Kolonialisierungs-Narrative immer noch in uns wirken. Und ich muss mir jetzt, das muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Es gibt nämlich ein neues Buch. Wie heißt es? Die schwarze Kritik der Vernunft. Irgendwas von einem schwarzen Philosophen mit deutschem Pass. Aber das ist ganz rassistisch. Jetzt verfallen wir aber voll in das, was wir kritisieren. Ein schwarzer Philosophe, der hat einen deutschen Pass. Genau. Deswegen habe ich ja gesagt, ich bin ja selber vor rassistischen Äußerungen gar nicht gefeit. Wichtig ist ja, sie im Nachhinein zu erkennen, zu dekonstruieren. Aber ich muss da wirklich auch, da möchte ich nochmal eine Lanze brechen für, nicht für, die so eine Formulierung, dass man nicht zu schnell von der Formulierung, die jemand hat, auf seine innere Einstellung zurück. Weil ich auch eine anekdotische Evidenz, Einzelfall, dass ich einen Geschäftsmann kenne, der spricht ganz leicht mal von Negern und so. Er hat aber ein Geschäft platzen lassen, weil sein Geschäftspartner, nicht wollte, dass er mit Türken Geschäfte macht. Er hat gesagt, das will er nicht. Mit solchen Rassisten macht er keine Geschäfte. Dass man da auch nochmal aufpasst. An ihren Taten sollt ihr sie erkennen, nicht an ihren Worten. Genau, auch ein schöner Widerspruch. Aber natürlich würden da andere wiederum sagen, Sprache konstruiert, Realität und so weiter. Also richtig korrekt, um das noch zu platzieren, als Buchtipp für mich selber jetzt auch. Natürlich, der Autor heißt Achille Mbembe. Das ist schon schwierig, das auszusprechen. Aber es ist ein Mensch namens Achille Mbembe, der das Buch Kritik der schwarzen Vernunft geschrieben hat. Und dort sich mit dem Thema globaler Kapitalismus und sozusagen Auswirkungen des Kolonialismus, das bis heute zu diesen rassistischen Haltungen immer noch mit beiträgt. Also das werde ich mir jetzt mal vornehmen. Das soll ein sehr, sehr gutes Buch auch sein. Okay, für dich. Ich will aber trotzdem einen Punkt noch. Ja, stopp. Ich bin dran. Weil das, ich wollte noch mal kurz zu dem, was du gerade sagtest halt. Weil du sagtest irgendwie, dieser Mbembe halt ein schwarzer Philosoph mit deutschem Pass, wo man ja schon fragen kann. Weiß ich noch nicht, aber einen deutschen Pass, das habe ich eben jetzt. Aber er schreibt auf Deutsch scheinbar. Ist ja auch in dem Kontext gar nicht die relevante Beschreibung gewesen, wo du auch darauf hingewiesen hast. Aber es ist, glaube ich, auch, es ist auch problematisch. Und da sind wir dann auch wieder, da sind wir dann auch wieder bei einer, auf einer, also ich will das wieder auf eine, auf eine, 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 ein bisschen abstrahieren, auf eine, auf eine Meta-Ebene. Weil es, also wenn man, wenn man etwas beschreibt, dann muss man ja Worte finden, die verstanden werden, damit auch klar ist, was man da beschreibt. Genau. Und wenn, also es ist halt schwierig, wenn, wenn, wenn in einem Kontext halt so diese ganzen Rassismen oder und, und, sag ich mal, Gruppierungsmechanismen wirken, da auf diese Worte verzichten, weil das zu dem Preis passiert, dass man entweder unverständlich wird oder zu jedem Satz, den man sagt, erst mal, erst mal noch fünf Sätze Erklärung nachschieben muss, was man, was man, was man jetzt sagen will. Das ist natürlich, das soll jetzt auch keine Entschuldigung sein, das soll eine Beschreibung sein. Aber es zeigt, aber es zeigt, aber es zeigt doch auch, dass, dass, das ist auch immer an, also das ist, ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn es geht, wir müssen auf, auf der individuellen Ebene arbeiten. Das ist natürlich auch da, aber es geht auch oft an, an grundsätzlichere, übergeordnete soziale Prozesse, die da abläufen, weil, ja auch das, also soziales, soziales Prozessieren an sich gewissen, gewissen Zwängen unterliegt, sag ich mal, so, also in ihrer Struktur nach, wie zum Beispiel, dass in gewisser Weise Gruppierungen immer passieren, weil ohne Gruppierung eine Bezeichnung nicht, nicht möglich wäre, weil die Bezeichnung trennt ja immer das Bezeichnete von dem, was nicht bezeichnet wird. So, und in, und jede Bezeichnung ist insofern ja, halt so, greift etwas raus, gruppiert eine, eine Menge von, von, von Sachen, die auch anders gruppiert werden könnte. Na, jede Bezeichnung betrifft ja, also jede Bezeichnung erschafft, erschafft praktisch gleichzeitig das, was es bezeichnet. Und in dem, und, Also sag mal so, jede Bezeichnung erschafft was, aber es erschafft nicht immer das Gleiche. Sonst würden wir uns ja sehr schnell darüber einig werden, ob man jetzt den Begriff Neger sagen darf oder nicht, weil jeder eine unterschiedliche Assoziation dazu hat. Ja, aber es, 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 es schafft, also es beschafft das, was es bezeichnet, aber das, das kann natürlich, also im Sinne von, ähm, als, als Referenzpunkt. Weil der, der Referenzpunkt, das kann dann halt auch immer, das kann auch abgelehnt werden, aber die, das Ableben setzt ja voraus, dass man es anerkennt, so. Na, ey, wenn ich dir jetzt sage, wenn ich jetzt sage, da, ähm, dies ist ein Neger und du sagst mir, nein, das stimmt nicht. Das würde, diese Antwort könntest du überhaupt nicht geben, wenn du nicht anerkennen würdest, was ich da überhaupt gerade, dass ich da gerade was bezeichnet habe, so, dass ich da, ne, du lehnst es halt nur ab. Mhm. Ähm, aber der Referenzpunkt, der bleibt bestehen. Ja, und entscheidend ist sozusagen, da bin ich tatsächlich sehr bei, bei Heinz von Förster, der es so auf den Punkt gebracht hat, der, der Empfänger der Nachricht entscheidet über die Deutung und nicht der Sender. Also der Sender auch. Genau. Aber maßgeblich natürlich der, der Empfänger der Nachricht. Und da habe ich zumindest eine klare Haltung. Und auch das ist ja immer ganz schwierig zu formulieren, was ist jetzt die richtige Haltung, sondern man kann es nur für sich selber irgendwie entscheiden und, ähm, Entscheidungen treffen in dem Fall. Und ich habe mich irgendwann dafür entschieden zu sagen, ich will diesen, diesen Begriff zumindest jetzt nicht so selbstverständlich benutzen, weil ich einfach davon weiß, dass dieser Begriff in vielen Teilen so verstanden wird als Beleidigung. Von vielen dann auch wiederum nicht, aber trotzdem entschließe ich mich dazu, wenn es eine Gruppe von Menschen gibt, die sich davon beleidigt fühlen, dann muss ich diesen Begriff nicht mit der Brechstange weiter benutzen. Ja, zumal, zumal das auch eine Gruppe, halt so eine, eine Gruppe auch erst wieder konstituiert, so, ne, halt, die Außenbeschreibung wird dann, Menschen werden zusammengefasst halt, ne, aus einer, von einer, von einer Menschengruppe, die in einer Machtposition steht und dann halt gewaltsam zu einer Gruppe zusammengefügt. Ich, ich. Genau, das schnippst du mal. Ja. Ich wollte noch, noch sagen, der Herr mit dem Karrieren. Bin ich jetzt dran, Thomas? Ja. Also es gibt eine Sache, die mich traurig macht und die ist die, dass es einen Unterschied gibt zwischen Soll und Ist. Das ist eigentlich meistens der Grund, warum man traurig wird. Aber das ... Das ist quasi der Unterschied zwischen Ethik und Moral. Habt ihr auch eine Folge gemacht. Da bist du uns in so viel voraus. Aber was ich sagen wollte ist, dass wir ja eigentlich, wenn es nach mir ginge, eine Ethik konstruieren müssen oder ethisch eine Moral konstruieren, wie ... Ethik, Moral, kannst du in zwei Sätzen den Unterschied klären? Naja, auch da bin ich zumindest immer gerne bei Heinz von Förster, der sagt, dass über Ethik man eigentlich gar nicht sprechen kann. Und da verweist er wiederum auf seinen Nennonkel Wittgenstein, der ja darüber ein ganzes Traktatus geschrieben hat, der gesagt hat, man kann über gewisse Dinge nicht sprechen oder formulieren oder artikulieren. Und Ethik ist das, was man nicht artikulieren kann, im Gegensatz zur Moral. Und Moral ist eher das, du sollst. Und Ethik ist eher das, was ich tue. Und die beiden Dinge hängen aber natürlich trotzdem eng miteinander zusammen. Und wie gesagt, wer das tiefer wissen will, wir haben da diskutiert in dem Soziopod, um die nochmal die Unterschiede klar zu deuten. Aber auf den Punkt gebracht würde ich sagen, Moral ist, du sollst. Und oftmals aus einer Ethik herausformuliert, weil man meint, das muss jetzt für alle gelten. Und deswegen müssen sie alle dran halten. Und alle müssen ihre Ethik der Moral ausrichten. Anhand der Moral ausrichten. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sozusagen diese Begriffe völlig gleichsetzen. Und das finde ich schwierig. Da ziehe ich mich so aus, dass ich sage, unsere Ethik und Moral sind, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sie so ausrichten, dass wir trotzdem ethisch und moralisch, so wie wir es jetzt verstehen, handeln, selbst wenn es Rassen gäbe. So, dass wir gar nicht den Punkt machen müssten, zu sagen, dass wir gar nicht erklären müssen, dass Rassen überhaupt nicht existieren, sondern dass wir sagen, selbst wenn es sie gäbe, folgt daraus ja noch gar nichts, nach dem Jung'schen Gesetz. Also das Sein bestimmt nicht, also wie etwas ist, ist keine Basis dessen zu erklären, wie etwas sein soll. Und meine Beobachtung ist aber, dass sich Fremdenfeindlichkeit nicht dadurch auflöst, dass man die anderen akzeptiert als andere, sondern dass sie immer nur dadurch aufgelöst wird, dass man sie in den Kreis, das ist ja einer von uns, mit einbezieht. Dass man sagt, okay, das sind Fremde, aber das sind ja auch Menschen. Das sind Wirtschaftswissenschaftler, aber das sind ja auch Menschen. Das sind Homosexuelle, aber das sind ja auch Menschen. Und dazu erweitert man quasi den Kreis des Wir, immer weiter, bis der ganze Globus umschlossen ist, was ja völlig in Ordnung ist. Aber ich glaube, es gibt immer wieder Machtbalancen, wie sie Norbert Elias beschrieben hat, die immer wieder zu etablierten, alteingesessenen und Außenseitern führen und die immer wieder einen Strich zwischen denen da draußen und uns machen. Und deshalb wäre mir eine Ethik viel und eine Moral viel lieber, wo man sagt, ah, das sind die und dann bleibt man dabei stehen. Aber ich weiß nicht, wie man das hinkriegen kann, sowas. Deswegen bin ich ja so ein großer Fan der Menschenrechte, die ja genau das institutionalisieren, also genau diesen Gedanken institutionalisieren und versuchen, das Subjekt in den Vordergrund zu stellen. Und das ultrakomplexe Subjekt, natürlich verbunden mit allen Beziehungen, in denen wir stecken, aber zu gucken, dass ein Mensch eben aus tausend Millionen anderen Facetten besteht, als jetzt aus einem Merkmal einer bestimmten Kultur. Es gibt ja auch nicht die Kultur. Allein das macht mich ja wahnsinnig. Also es gibt ja in der interkulturellen Wissenschaft den Begriff der Fuzzy Culture. Also dieser Fuzzy heißt schwammig oder nicht greifbar, dass es eben nicht die eine Kultur gibt, die man jetzt irgendwie anhand von Nationen und künstlichen Grenzen, die man irgendwann mal auf die Karte, Kolonialismus sei Dank, gezeichnet hat, sondern dass es ein sehr flüssiger Vorgang ist, eine flüssige Wirklichkeitskonstruktion von ganz vielen Menschen, die zusammen sind, die man schon irgendwie so grob eingrenzen kann, aber nicht den Fehler machen kann, das wirklich so auf ein Ding runterzudampfen. Aber ich glaube, was da am Ende dahinter steckt, ist tatsächlich die Sehnsucht nach der Reduktion von Komplexität. Also weil das ist natürlich hochkomplex. Ja. Die Notwendigkeit der Reduktion von Komplexität, weil, also ganz, ganz jetzt versucht es kurz auf, einen kurzen Satz zu packen, das System, das seine, also ein System repräsentiert natürlich in sich selbst seine Umwelt, um darauf anschließen zu können. Aber die Umwelt ist immer komplexer als das System, das sie repräsentiert. Und sie kann, also von der, sie kann der Struktur überhaupt nicht die, die Komplexität der Umwelt fassen. Und ich glaube, ich denke, das ist halt ein grundlegendes, das ist halt ein grundlegender Wirkungsmechanismus, dass Komplexitätsreduktionen immer, immer laufen. Und das gilt natürlich auch, wenn ein System versucht, sich selber zu, 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 zu repräsentieren. Auch das, auch Selbstbilder von, ob das jetzt soziale Systeme oder psychische Systeme sind, sind immer eine Reduktion des eigenen Systems, also des Selbst, also diese Selbstrepräsentation. Ich weiß schon, an der Stelle muss ich mir kurz die Gelegenheit nutzen, mir nochmal zu erklären, sodass ich es vielleicht verstehe, oder vielleicht habe ich es schon verstanden, aber ich will es nochmal absichern, was nochmal die Differenz, die Unterscheidung ist zwischen System und Umwelt, vielleicht bezogen anhand eines Kulturkreises. Also wenn ich jetzt sage, das Christentum ist es jetzt ein, eine Form eines sozialen Systems und die Umwelt ist alles andere. Im Prinzip also das System, das ist, also wenn man, das System operiert in irgendeiner Art und Weise, jetzt Christentum, ich finde es schwer, ich will es lieber machen bei, zum Beispiel Recht. Recht operiert in Unrecht. Recht ist an sich schon selbst sagt. Oder Nimm mal Einfaches. Also es geht, oder Wissenschaft. Wissenschaft operiert grob nach wahr, falsch. Ja. Genau. Und immer, und immer, und immer, und immer wieder. Und durch das Operieren schließt es alles, also schließt es alles andere aus, was nicht diese Operation ist, was nicht nach wahr, falsch operiert. Und das ist die Umwelt. Im Fall von Wissenschaft, was wäre der Umwelt zum Beispiel? Andere, also wenn jetzt ein, Projektmittelvergabe, die auf ökonomischen Ideen basieren. Genau, zum Beispiel. Oder, oder ein Gerichtsverfahren, das, das nach legal, illegal funktioniert, also gerecht, ungerecht funktioniert. ähm, das, das, das lässt sich, das lässt sich wissenschaftlich beschreiben. Aber es lässt sich nicht, äh, wissenschaftlich erklären, ob jetzt das Urteil, äh, gerecht oder ungerecht ist. Es lässt sich nur danach, äh, nach Maßstäben halt beurteilen, ob das, ob jetzt Aussagen, die darüber getroffen sind, wahr oder falsch sind. Und, aber, okay. Aber gerecht, ungerecht wird halt in das System selber repräsentiert, als, als, als Form dieser, dieser, äh, wahr-unwahr-Codierung. Aber, aber das heißt ja, dass sozusagen in der Umwelt wiederum andere Systeme sein können. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Und das sozusagen, wer ist dann sozusagen die Instanz, die diese Unterscheidung festlegt? Das ist. Die kann es ja nicht geben. Genau, das ist das System selbst. Weil ich ja sozusagen Teil der Welt bin. Genau. Ja, aber es sind ja wir jetzt, die darüber sprechen, diese Unterscheidung machen. Sondern, wenn wir jetzt nicht da wären, darüber sprechen würden, gäbe es keine Unterscheidung. Ja, allerdings, ähm, ist die Unterscheidung, sage ich mal, und deswegen, da bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn gesagt wird, ja, das liegt in jedem selbst und so weiter. So ist es, denke ich, nämlich auch nicht. Also, die Unterscheidung, die wird durch uns, sage ich mal, die kommt durch uns zum Ausdruck, aber es ist keine Unterscheidung, die wir, die wir wirklich treffen, sondern die, ähm, so diese Unterscheidung, die sind halt soziale Phänomene, die durch uns zum Ausdruck kommen, weil das soziale Teil unserer Realität ist. Und die Realität können wir nicht beliebig verneinen, wie wir lustig sind, also das wäre sie nicht Realität. Ähm, also ich habe aufgehört, bei da Fragen zu stellen, weil das, ich habe, ich kann, also, ich habe mir das mal so, äh, mit Hilfe von Wikipedia zusammen, das geht ganz schnell, was ist eine Beobachtung, weil, wer spricht ja immer von Beobachtung, der Niklas Luhmann, ja, so, da steht da, Beobachtung ist die Einheit der Differenz von Unterscheidung und Bezeichnung. So, also sage ich, na gut, was ist eine Unterscheidung? Klicke ich das an, da steht, äh, Unterscheidung ist eine Seite der Unterscheidung von Beobachtung, als Einheit der Differenz von Unterscheidung, Bezeichnung und Unterschiedenem. Und da habe ich gesagt, okay, äh, ist vielleicht zu schwer, was ist Kommunikation? Kommunikation ist die Unterscheidung von Mitteilung, Information im Moment des Verstehens. Da habe ich wieder den Begriff der Unterscheidung, frage ich, was ist Unterscheidung? Also man, das sind immer so Zirke. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, Systeme operieren, aber was ist eine Operation? Operation sind Ereignisse und Systemproduzenten. Was ist ein Ereignis? Wer definiert ein Ereignis? Und das ist meine vorläufige Antwort. Der Systemtheoretiker. So, das nur als kurzer Abriss, warum ich mich nicht mit Systemtheorie beschäftige und das mal an den Sozioport auslagere, dass die das mal erklären. Nee, das ist um Gottes Willen. Da können wir ja nur daneben. Weil ich glaube tatsächlich, dass die, das ist jetzt meine persönliche Ansicht, die Systemtheorie wiederum selber ein perfektes System ist. Auf jeden Fall. Was sozusagen so eine Art Oro, ein Oroboros, das ist so immer das schöne Bild, also die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt. Das heißt, du kommst da gar nicht ran. Also du bist da tatsächlich, wie du sagst, in so einer Schleife drin und das klingt alles wunderbar schlüssig und du kannst das gar nicht knacken, weil es keinen Anfang, keinen Ende hat. Ja, aber Patrick, du und ich kommen da nicht ran. Die anderen, wie der Thomas, die kommen nicht raus. Das ist das Problem. Es berührt mich persönlich. Ja, wohin auch? Es beißt dich ja in Spanien. Es gibt ja keinen Ausgang. Genau, eben. Also das ist so das Ding. Also es ist für mich bedingt praktikabel. Also es erklärt sehr viel oder alles. Im Grunde genommen kannst du alles damit erklären. Beschreiben zumindest. Aber bringt es mich irgendwie, ja, oder beschreiben. Aber es, ja, es ist nicht meine Art. Das ist so ein bisschen wie Mathematik, glaube ich manchmal. oder kann man das so sagen? Ja, bei Mathe hast du eigentlich so wie, es geht immer auf. Und wenn es nicht aufgeht, dann macht mal was, dass es aufgeht. Ach so, okay. Ja, gut. Insofern. Also eine Art perfekte Sprache der Soziologie. Ja, ja. Aber vielleicht, vielleicht nur, du wirst das wahrscheinlich schon wissen, aber vielleicht ist es wichtig nur zum Begreifen, weil du sagtest, was ist jetzt in Beziehung zu Ausländern und so die Systeme. Also ein System ist ja nicht irgendwo verortet. Also du kannst, derselbe Ort wird von verschiedenen Systemen durchzogen und ist dann, und jedes System ist Umwelt eines anderen Systemen. Zum Beispiel ist eine Uni sowohl vom Wirtschaftssystem als vom Wissenschaftssystem als vom Familiensystem wahrscheinlich auch von allen durchzogen. Du kannst also nicht sagen, unsere Politik zum Beispiel ist rein das politische System, Funktionssysteme sind, wenn man so will, nicht stofflich. Ja, das vielleicht. Wir haben keine physische, physische, sagen ich mal. Ja, aber ist sozusagen, der menschliche Körper ist doch auch ein System. Ja, allerdings, also der menschliche Körper ist ja, wenn man so will, ein biologisches, chemisches, physikalisches, was auch immer System. Das ist, keine Ahnung, das wissen Physiker, Chemiker, Biologen klären. Aber das ist ja auch noch mal zu unterscheiden vom psychischen System. Das praktisch. Aber es ist ja nicht trennbar. Analytisch in der System. Ja, ja, gut, analytisch schon, aber rein, wie auch immer man das sieht. Ja, das ist ja, das ist ja, also das ist, also das finde ich immer ganz wichtig. Oh mein Gott, jetzt werden wir weiter. Jede Folge. Wieso läuft das immer darauf? Verzweifeln wir dran. Aber ist ja mal schön. Was ein Grimme-Preisträger auch Probleme hat mit der Systemtheorie. Ich glaube, allein aufgrund eines Preises sagt das wenig über, ja. Kennst du diesen Zeitpunkt, ab dem ein Lob unangenehm wird? Ja. Wahrscheinlich ist das, ich preise immer die Leute mit ihren Titeln und so, wahrscheinlich ist das nur so lange, bis sie gequält sagen, ist mir doch egal und damit erhebe ich mich sozusagen. Also ich bin das, wirklich sehr ambivalent. Zum einen war ich sehr, sehr stolz, diesen Preis zu erhalten, weil es tatsächlich eine große Wertschätzung in dem Moment war und zugleich ist es mir extrem unangenehm, wenn mich Leute darauf ansprechen und mir heute noch, wenn ich sie begegne, nach Jahren noch gratulieren. Es ist so ein bisschen so wie im März, ein frohes neues Jahr zu wünschen und damit ich immer peinlich berührt. zum einen war ich sehr stolz, dass wir als, stolz nicht, aber sehr froh, dass ein soziologischer Podcast, ist ja klar, hätte ja auch irgendein anderer sein können, irgendwie ein wirtschaftswissenschaftlicher oder so. Das wäre eine Katastrophe gewesen. Und da bin ich, weil ich habe immer noch ein bisschen Männergrippe schnüpfen, und zum anderen habe ich aber das Meme in die Welt gesetzt, aber wir waren zu klein für eine Reichweite und dass die vom Grimmelpreis erst mich gefragt haben und ich gesagt habe, aber das ist doch eher was für ein Nachwuchs, gibt man den so zu potz und der Bartoszek hat gesagt, er hätte es mir fast geglaubt. Ach, Mist. Aber wir haben ja beschlossen, kennst du Asylum, diese Film, die Blockbuster in Schlecht nochmal auflegen immer? Mockbuster? Mockbuster? Nee, kann ich nicht. Also große Blockbuster werden da nochmal mit ... Großartig, Asylum-Films kann ich jedem ans Herz nehmen. Also die werden nochmal nachproduziert, einfach auf der Welle mitschwimmen, aber mit ganz schlechtem Budget und so wollen wir auch den Soziopath einfach nochmal ... Vielleicht kriegen wir dann nochmal in Schlecht nochmal alle Themen als Remake sozusagen. Naja, jetzt stellt mal euer Licht nicht unter den Schiffen. Ihr habt zumindest einen Systemtheorie-Experten. Das fehlt uns ja so ein bisschen. Ja, ja. Zum Beispiel. Bei der, aber um nochmal auf den Punkt zu kommen, den du mich gefragt hast, ob es denn besser wird, dadurch, dass wir limbische Ska ausproduzieren, würde ich sagen, eventuell, aus einer systemischen Perspektive, kannst du ja eh nur Sachen verändern, indem du sie entweder ... Also du kannst nur Sachen irritieren, Systeme oder zerstören. Und in dem Fall würde ich sagen, könnten die limbischen Systeme, die limbischen Chaos-Sachen zu Irritationen führen, die dann etwas bewirken können. Ob es dann wirklich sich verbessert im Sinne des Humanismus. Das ist ja nochmal eine andere Frage. Vielleicht hat das, was du vorhin als Beispiel gebracht hast, 1993, dass sich da nicht viel geändert hat, obwohl da große Aufstände im Land waren. Könnte man ja sagen, das war eine Irritation und da muss vielleicht noch eine kommen und noch eine und noch eine und noch eine. Ja, aber das Problem ist ja, dass diese Irritation, man kann nicht, also es ist kaum zu, es ist nicht zu steuern, wie diese Irritationen wirken. Wie Patrick hat es ja gesagt, die Irritation war 1993 da, die Reaktion war, das Asylrecht wird verschärft. Kann auch schlechter werden. Plus, und es gibt, es gibt, es gibt von, es gibt von Luhmann ein kleines Buch über Protest, wo er sich genau mit, also auch mit Protest und so weiter auseinandersetzt. Und diese Protestbewegungen, die, sag ich mal, die, der Erfolg einer Protestbewegung, jedenfalls nach Luhmann, ich bin mir tatsächlich da noch nicht so ganz sicher, ob ich dem zustimme, weil ich es auch noch nicht sorgfältig genug gelesen habe, aber dass diese, also dass der Erfolg von Protesten ihn zerstört, weil das, der Protest einfach erstmal eine, eine systemische Irritation darstellt. Und zwar in der Form in der Regel, dass gesagt wird, also hier kommen wir, wir beobachten, wir, wir projizieren uns in einen außerhalb der Gesellschaft, beobachten die Gesellschaft gegen die Gesellschaft und sagen, was alles schlecht läuft, weil wir können das, wir stehen jetzt draußen. Und dass das dann vom System aufgenommen, also diese, diese starke, lange, andauernde Irritation aufgenommen wird und dieses Problem dann für dieses Problem dann ein institutioneller Kanal geschaffen wird, also praktisches aufgenommen wird, die Grünen kommen in den Bundestag und so weiter, und halt so mit, was tatsächlich jetzt gut von der AKW-Bewegung nie wirklich viele Probleme gelöst hat, aber, aber dass diese, dass diese Proteste dann zu Institutionalisierungen führen, das System nimmt diese, diese Irritation dann auf. Dass das jetzt aber im Prinzip abgerissen ist, dass diese Irritation, die dann so sachte, aufschwappte, wenn man so will, dass an den europäischen Grenzen ganz viele Menschen sterben und dafür gibt es ja auch institutionalisierte Kanäle, halt Menschenrechtsorganisationen und so weiter, die werden nur nicht viel gehört. Dass das abgelöst wurde dann auf einmal von, von, von flüchtenden Menschen, die auf einmal nicht mehr an der europäischen Grenze standen, sondern an der deutschen Grenze. Dass das auf einmal als Problem konstruiert wurde und dass das zu Irritationen führte und dass der, der Aufmerksamkeitsfokus so weit verlagert wurde, dass die ertrinkenden Menschen im Mittelmeer oder die an Grenzen erschossen werden oder in Flüssen ertrinken, das kommt ja auch vor, ähm, dass diese Menschen nicht mehr zur Irritation taugen, weil, weil die Beobachtung nicht mehr präsent genug ist, weil die Aufmerksamkeit gewichen ist einem anderen Problem. Zumal jedes Problem auch immer was überdeckt, na, also ich glaube, es ist auch immer Teil der Geschichte, weil das Problem ist, ja, wollen wir die, äh, die Flüchtlinge, wollen wir die Flüchtlinge, wollen wir die rausschmeißen oder wollen wir die willkommen heißen? Ja, oder gibt es halt einen Zwischenweg und dafür plädiere ich halt, also ich bin da sehr, also was ich wirklich kritisiere ist, natürlich brauchen wir Irritationen und natürlich brauchen wir so ein, ein limbisches hin und her, aber was ich kritisiere ist, dass wir in so eine Art Problemtrance geraten, wo wir nur noch darüber reden, was die Probleme sind, aber sie nicht angehen und zwar pragmatisch angehen und Zwischenlösungen finden und da bin ich, glaube ich, zu sehr von, von der systemischen Therapie geprägt, die ja genau da einen Konterpunkt gesetzt hat zur Psychoanalyse, die sich ja auf Probleme fokussiert hat und immer wieder die Vergangenheitsprobleme hochgewälzt hat mit dem, mit der festen Überzeugung, dass wenn man sie lang genug gewälzt hat, irgendwann die Lösung von alleine kommt und die systemische Therapie eher den Ansatz hat, sehr schnell auf Lösungen zu kommen, indem man sagt, okay, was muss ich jetzt in meinem System, zum einen muss ich das System so ein bisschen versuchen zu überblicken und was muss ich bei mir selber verändern, damit sich alles andere erst mal verändert und was gibt es jetzt tatsächlich für Zwischenlösung, also gibt es eine Zwischenhaltung und die vermisse ich halt im Moment, weil wir zwei krasse Pole haben und ich vermisse so die Zwischenhaltung, die zum einen die Ängste ernst nimmt, die die Menschen tatsächlich haben und viele haben und sicherlich auch vor allen Dingen Menschen haben, die damit unmittelbar schlechte Erfahrungen gemacht haben, also die tatsächlich vielleicht auch Opfer von Gewaltattacken wurden, die irgendwie erlebt haben, was sie unmittelbar irritiert hat und sie das dann entsprechend einordnen und abwälzen auf eine ganze Kultur, dass es so ein Zwischengeben gibt zwischen Angst, ernst nehmen, aber gleichzeitig an dieser Angst gemeinsam zu arbeiten und zwar so zu arbeiten, dass man das irgendwie in Balance und Einklang bringt, aber wie das genau, das weiß ich nicht, aber ich habe so bei dieser derzeitigen Dynamik das Gefühl, dass das eben völlig auf der Strecke bleibt. Der Bartoschek hat ja mal attestiert, als er bei uns war, dass die Psychologen, das sind die Optimisten, die Soziologen, das sind ja die Pessimisten und ich möchte, ich möchte dieses Bild hier auch gleich reproduzieren, weil da möchte ich dann halt so die Frage aufwerfen, naja, also das, wenn das, also das, aus meiner Perspektive, das Problem ist, also ein Problem ist auch immer eine Entscheidung, ne, wenn, wenn, wenn das Problem ist, wie geht man mit geflüchteten Menschen um, ne, und da gibt es dann halt die, so der Sache nach, erstmal so zwei, zwei Antworten drauf, ne, und wenn man die Beantwortung hat, kann man halt wieder, wieder eine neue Unterscheidung machen und so weiter und so weiter, das kann man halt immer weiter ausdifferenzieren, eine Antwort, aber wenn das Problem ist, wie gehen wir mit geflüchteten Menschen um, dann ist schon dieses ganze Konstrukt des, der Flucht und des Flüchtens und damit auch halt, äh, äh, von Nationalität, Nationalstaaten und so weiter, ist damit entschieden und, so, oder, und auch halt so, und wenn, wenn gefragt wird, ähm, wie, wie integrieren wir diese Menschen und diese Frage, die wird ja bedauerlicherweise nicht so, also das wird ja oft eben nicht so verstanden, dass Integration ein dialogischer Prozess ist, sondern ein Prozess der Einpassung, ne, dann ist auch schon wieder ganz viel beantwortet, denn, wo du nämlich gesagt hast, halt, man muss an die Angst arbeiten, also wenn jetzt, ich, ich, ich bezweifle gar nicht, dass es, dass Menschen Angst vor Ausländern haben, ne, weil sie den Ausländer konstruieren, mit, äh, mit Eigenschaften versehen und Angst vor ihnen haben. Allerdings kann ja der Mensch, der jetzt als Ausländer bezeichnet wird, gar nichts dafür, hat ja gar nichts dafür getan, ähm, und das, das, die Angst ernst nehmen, heißt es, heißt ja dann im Prinzip nicht den, ähm, nicht, äh, nicht ernst nehmen, sondern erst mal zulassen. Im ersten Schritt, also nicht die Angst, sozusagen, zu sagen, das ist ja Quatsch, dass du Angst hast, das, das ist, genau, also, aber im gleichen Atemzug kann man versuchen zu sagen, hör zu, du, du hast ne, ne Angst, aber wenn du dir's genauer anschaust, ist sie vielleicht nicht mehr ganz so begründet, wie du vorher der Auffassung warst und damit verschwindet auch ein Stück weit wieder die Angst. Also über die Angst zu sprechen, hilft Angst abzuarbeiten. Und das heißt aber nicht zu sagen, die Angst ist legitim, ja, weil Ausländer sind so, sondern ganz im Gegenteil, zu sagen, ja, du hast jetzt erst mal Angst, aber wir gucken jetzt gemeinsam, so. Also im Prinzip nicht die, äh, sag ich mal, nicht so die, die Angst ernst nehmen, sondern die Existenz der Angst ernst nehmen, dass sie da ist. Äh, genau, aber und jetzt, ähm, aus, aus halt, ähm, aus meiner Lieblingsstudie, die, ähm, aus, ähm, aus, aus dieser ursprünglichen Studie von, von Lazar Feld, über, über, äh, Meinungsbildungsprozesse, und dann, wo sich dann halt dieses, äh, Konstrukt des, der Meinungsführerschaft raus ergeben hat, ähm, ist halt, ist halt fraglich, inwiefern in diese Gruppen halt Meinungsänderungen, inwiefern man da reinwirken kann, weil diese Gruppenprozesse oft sehr resistent sind und oft denn halt auch sich nur von, von, äh, von Menschen in bestimmten Positionen, also in diesen Meinungsführerpositionen beeinflussen lassen, Meinungsführer, aber immer nur der wird, der in besonders, äh, in besonders starker Art und Weise die Meinung der Gruppe sowieso repräsentiert. Wir brauchen Trojane. Hä? Wir brauchen gute, wir brauchen Schauspieler. Aber vielleicht, das ist so, die beste Möglichkeit, einer Partei zu schaden, ist doch, sich zu engagieren, über Jahre in die Spitze zu kommen und dort totalen Quatsch zu verzapfen. Ja, manche, äh, attestieren das ja Angela Merkel, dass sie, äh, sozusagen der, der Trojaner der CDU sind. Ja. Ja. Wobei ja die, ähm, die, die Parteien, auch die SPD, ein, ja, halt so einen erheblichen Rechtsruck, äh, also es gibt ja sowieso halt so in der Parteilandschaft so eine leichte Tendenz, so eine leichte Rechtsbewegung, aber jetzt, letzter Zeit, die SPD einen stärkeren Rechtsruck gemacht hat, wo dann auch mal wieder der eiserne Kehrwesen ausgepackt wird. oder den neoliberalen Ruck, äh, durch Schröder, der natürlich auch nicht unbedingt den sozialdemokratischen Werten damals entspricht. Aber wie kriegt ihr die, die, wie kriegt ihr das hin, äh, die Angst, sozusagen die Leute ins Gespräch zu kommen mit der Angst, wenn das im Internet zum Beispiel so, also ich beobachte es so, ich, vielleicht stimmt das auch nicht, dass, der ganze Diskurs eigentlich eine, eine Art, äh, ein zu, ein Formulierungs, Zuschreibungsstreit, würde ich mal sagen, ist, nämlich, äh, so nach dem Motto, du bist ein Rechter und du bist ein Gutmensch und, also das ist mein, mein Gefühl, dass man, dass man sehr viel Wert darauf legt, die Leute irgendwo eingruppieren zu können. Ja, und da, da ist meine Überzeugung, das funktioniert nicht im Internet, nicht ausschließlich im Internet, das muss, ähm, wir müssen offline das lösen. und deswegen, okay, versucht ihr, äh, kann ich gleich ein bisschen Werbung machen, für, für den, äh, 2. und den 18. Ach so, da seid ihr live. äh, geht der Soziopod live in, in Mainz und in Hamburg, wo wir über die offene Gesellschaft diskutieren, und zwar face to face mit Menschen und ich glaube, das ist so der Knackpunkt, man muss, es muss noch mehr Ebenen geben, als diese nonverbale Internetkommunikation und da empfehle ich auch ein, ein sehr gutes Interview mit, äh, Sigmund Baumann, der ganz schön den Unterschied, ähm, formuliert hat zwischen Community, realer Community, nämlich zu sagen, im Internet kann ich mir meine Welt wunderbar selber konstruieren, ich kann entfreunden, ich kann relativ schnell mir meine Dinge ordnen, aber in der realen Welt kann ich das nicht, da muss ich in einer echten Community leben, mit Menschen und da arrangiere ich mich automatisch ganz anders und werde auch automatisch solche Gefechte, wie sie im Internet vorkommen, nicht führen, weil ich mich arrangieren muss, weil es da körperlich wird, weil es da andere Ebenen ins Spiel kommen und ich glaube, dass diese Utopie, die ich auch lange verfolgt habe, dass das Internet ein wunderbares Diskursmedium ist und jetzt werden wir alle vernünftig und diskutieren, das ist, glaube ich, zerbröselt so ein Stück weit. Aber sag nochmal, ganz kurz noch, wie die jetzt statt, wo findet das statt, genau? Sag doch mal, wenn das jetzt welche aus Mainz und Hamburg kommen, dass die wissen, wo die... Dann auch nochmal der Hinweis, dass ich tatsächlich nur noch zehn Minuten habe, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass wir drei Stunden... Aber vielleicht können wir auch noch einen zweiten Teil machen, also ich wäre zumindest bereit. Das wäre mir sogar ganz lieb, weil ich nämlich auf meine Kernfragen gar nicht, seid ihr gar nicht eingegangen. Genau, dann können wir gerne, wenn auch die Zuhörerinnen und Zuhörer das begrüßen, können wir gerne einen zweiten Teil machen, wir haben es großen Spaß gemacht. Deswegen als Abschluss, 12.2. in Mainz, findet man auf unserer Seite soziapod.de, live und analog, da wird auch irgendwas aufpoppen und es gibt auch einen Link live und analog. Das wird unterstützt von der Friedrich-Ebert-Stiftung, dankenswerterweise, das Refinanzieren, ist dafür dann auch der Eintritt frei. Und an diesem Tag ist auch gleichzeitig die Erscheinungstermin unseres Buches, auch Promotion, ganz billige Promotion gemacht. Und wo wir dann auch mit den Leuten, die kommen, auch so ein bisschen sozusagen auch auf das Buch am Ende anstoßen wollen. Aber im Fokus dieses Abends steht tatsächlich das Thema die offene Gesellschaft und auch mit Karl Popper an Bord, um einfach mal gemeinsam zu diskutieren, was bedeutet eigentlich eine offene Gesellschaft, was muss man eigentlich dafür tun, wo sind die Fallstricke und da werden wir so circa 20, 30 Minuten so ein bisschen Einführung geben und dann aber Fischbowl öffnen, damit Leute sozusagen unmittelbar mit uns diskutieren können. Und die zweite Veranstaltung ist am 18. Aber wo genau ist die denn? Mainz. Aber das sieht man ja dann, oder? Ja, das sieht man. Also Mainz und da ist die Adresse hinterlegt. Also das findet man. Und 18. Zweiter ist dann nochmal sozusagen fast das Gleiche in Hamburg. Das kostet allerdings, weil wir es selber stemmen müssen, auch 7 Euro Eintritt. Okay, genau. Nehmt ihr das dann auf oder ist das wirklich dann sozusagen rein? Genau, in Mainz werden wir es auf jeden Fall aufnehmen. In Hamburg sind wir jetzt noch nicht sicher. Okay, auf wenigsten einmal. Unsere Vision für das neue Jahr ist tatsächlich da mehr offline und dann wieder zurückzuspielen ins Netz auch. Also so versuchen da mal einen anderen Kreislauf irgendwie hinzukriegen. Aber die Frage ist, jetzt eine Minute bloß, also nicht mal, man muss hier gleich weg, aber die Frage, die ich mir jetzt stellen würde, ist, eigentlich ist doch der Punkt, du musst ja mit den Leuten offline in Kontakt kommen, mit denen du dich zoffst online. Und möglicherweise kommen zum Soziopod hauptsächlich Leute, die sowieso sich gut mit euch vertragen. Also der Aufruf, nehmt eure Feinde mit zu der Veranstaltung. Ja. Nein? Also sagen wir mal, er kommt auf einmal, Feinde wäre jetzt übertrieben, also ist ja auch nicht meine Kategorie. Aber was ich beobachte, ist tatsächlich, dass mir, wenn ich auf Facebook kommuniziere, das ist eine ganz andere Wahrnehmung, als zum Beispiel, wenn jemand unseren Podcast hört. Also da wird mir dann auf Facebook unterstellt, im Soziopod bist du doch immer so differenziert. Weil, da würde ich sagen, Marshall McLuhan, the medium is a message, ich glaube, das Podcast an sich und der Dialog eine ganz andere Wirkung hat, als jetzt Facebook-Einträge, die ja völlig unabhängig voneinander erfolgen. Aber die Leute konstruieren sich daraus ein Gesamtbild und unterstellen mir dann auch eine Haltung, die ich gar nicht so gemeint habe, letztendlich. Nur allein aus diesen Versatzstücken. Weil ich irgendwelche Einzelartikel rausgreife, sie kommentiere und dann wird sofort mir vorgeworfen, ich wäre doch da gar nicht differenziert und so weiter. und von daher bin ich auch der Überzeugung, weil ich mich mit einigen unserer Fans oder Hörer schon da fetze und die mir das genau unterstellen, dass sie tatsächlich auch die Möglichkeit haben, an dem Punkt dann zu kommen und mit uns zu diskutieren. Wir sind da sehr, sehr offen. Also, wir sind da sehr bemüht, dann auch zu versuchen, diese Meinung zuzulassen. Gut, sobald es dann in Beleidigungen und so weiter geht, dann werden wir das deutlich sagen, aber wir wollen uns jetzt tatsächlich auch nicht bewusst irgendwie abkapseln, was man sagt. Gerne auch kontrovers zu diskutieren, aber eben auch nicht in diesem Talkshow Massenmedienverhalten. Also, das sind wir, glaube ich, auch satt. Ein kleiner Offline-Vorsprung, also, Vorgeschmack habt ihr ja schon, ihr habt ja schon eine Offline-Sendung mal gemacht. so eine Runde, wo jeder seinen Beitrag, die findet man ja auch auf eurer Seite. Oder bin ich gespannt, wie, ich bin ja nicht da, aber es wird ja dann online stehen. Da bin ich wirklich gespannt. Und du kommst, also mein Vorschlag wäre, dass wir dann das nächste Mal, ich habe nämlich dann, ich möchte mich über Kriminalstatistiken unterhalten und ich habe tatsächlich auch einen soziologischen Beitrag, wo ich eine Lösung von euch brauche, weil das ein Problem ist. Die Lösung ist immer ganz schwierig. Ich brauche eine soziologische, mir kriegst du eine Bestreide. Für ein quasi soziologisches Paradoxon, was ihr dann auflösen müsst. Da wäre ich, also das würde ich gerne dann das nächste Mal, dass wir sagen, das Thema ist dann quasi Kriminalität im weitesten, und Gewalt vielleicht im weitesten, oder Fremdengewalt oder sowas. Vielleicht kann man, genau, vielleicht ist es dann auch wiederum ganz schön ergänzend, so der Folge, die wir jetzt in zwei Tagen geplant haben, weil da geht es ja auch um männliche Gewalt. Dann nehmen wir die als Ausgangspunkt, hören wir rein, und können dann, genau, oder wir machen es umgekehrt, dass du sozusagen mit deinen Statistiken nochmal das widerlegst oder unterfütterst, was wir da sagen, und dann das nochmal weiterführen. Sehr gerne. Können wir, können wir, ja, gern. Ja. Okay. Hat mich gefreut. Mich auch, weil sonst würde ich auch keine drei Stunden aushalten. Und das nach einer Männergrippe, das muss man, hätte keine Frau ausgehalten. Stimmt. Hatte sie eigentlich schon eine Frau als Gast? Ich glaube nicht. Ja, aber, das ist so peinlich. Das, weil wir, das spricht man doch nicht an. das stimmt. Aber auch da müssen wir uns ja an die Nase fassen. Ja. Na gut, ihr seid ja immer zu zweit. Wir hatten ja öfters Gäste. Aber ich möchte, ich finde das jetzt so, dass ich, interessant, dass ich den zweiten Teil unbedingt machen möchte, weil ich diese Sache wirklich klären will. Sieht das Thomas auch so? Auf jeden Fall ist das Thema, ist das Thema halt männliche Gewalt beziehungsweise was ist Männlichkeit auch und was, wie hängt das halt auch zum Beispiel mit dieser Thematik zusammen? Wie, wie verhält es sich halt mit männlicher Gewalt in der patriarchalen Gesellschaft und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die sich da auch noch, und wir brauchen ja nicht so zu tun, als ob das nicht so wäre, weil ja auch die Ereignisse von Köln immer noch irgendwie in der Luft schweben und ganz viel überformen und so weiter. Aber jetzt müssen wir wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer langsam Gardinen waschen. Genau. Und, und, genau, und deswegen würde ich sagen, beenden wir auf diesem Punkt, beenden wir an diesem Punkt alles und starten die Welt neu. Okay. Schönen Tag. Das wünsche ich euch auch. Es war mir ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Danke schön. Uns auch. Über den Zorn von Lucius an Neus Seneca Manche Philosophen haben daher den Zorn einen vorübergehenden Wahnsinn genannt. Denn er ist ebenso wenig als dieser Herr über sich selbst.